Dieser Podcast wird euch vom Staatstheater Augsburg präsentiert. Im Staatstheater Augsburg trifft Kultur auf Innovation. Das neue VR-Theaterstück Solo ist ein interaktiver Krimi, in dem ihr gemeinsam mit den Schauspielern des Staatstheaters das Attentat auf eine Konzernchefin aufklärt. Dabei befragt ihr Verdächtige und untersucht den Tatort. Je nach euren Entscheidungen ändert sich der Verlauf der Geschichte. Schafft ihr es, alle drei Enden freizuschalten? Das VR-Theaterstück Solo kommt mit VR-Brille ganz bequem zu euch nach Hause. Unter staatstheater-augsburg.de findet ihr alle Infos. Den Link findet ihr auch in der YouTube-Beschreibung oder auf mixt.de. Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander. Herzlich Willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 284. Und du meine Güte, Leute, die jetzt auf YouTube dabei sind, werden sich direkt wundern, was ist denn da los? Das ist ja eine komplett neue Person in der Mitte. Und ja, es ist so, wir haben es geschafft. Wir haben es, wir haben versprochen, unsere Inhalte werden besser, tiefer, vielseitiger. Und Thomas, du bist dieses Jahr unser erster Gast. Also für die Leute, die gerade nur zuhören, stellt euch vor, da geht jetzt gerade ein Vorhang auf und da sitzt eine Person mit Brille und Mütze, charmant. Man würde ihn wahrscheinlich auf der Straße ansprechen. Und für alle Leute, die in unserem YouTube-Format dabei sind, stellt euch vor, da geht jetzt ein Vorhang auf und da sitzt eine charmante Person, die auf der Straße ansprechen würde. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Was für eine nette Beschreibung und danke für das Kompliment. Ja, kein Problem. Also ich musste ja irgendwie jetzt die Brücke schlagen zu Ben, der auch dabei ist. Hallo Ben. Hey. Hi, grüß dich. Wir beide sind halt irgendwie am Ende immer. Und weil ich Rätsel mag, Ben, ich habe ein Rätsel für dich. Warum ist Thomas mit dabei? Pass auf. Thomas und ich, wir kennen uns seit sechs Jahren. Und Thomas und ich sprechen heute das zweite Mal miteinander. Was sind wir? Wow. Entfernte Bekannte. Facebook-Freunde, könnte man fast sagen. Ach, jetzt. Ich sehe den Link. Oh mein Gott. Oder Meta. Nein, man darf ja Facebook-Freunde. Den Meta-Link, ja. Ja, es ist schon so. Es ist schon manchmal kurios, Thomas. Ich folge dir oder wir beide haben uns wahrscheinlich auf irgendeinem Kölner Event mal die Hand geschüttelt, mit einem Bierchen angestoßen und daraus folgte dann die obligatorische Facebook- und LinkedIn-Freundschaft. Und irgendwie hat man aber festgestellt, man folgt sich nicht ohne Grund, denn dein Channel ist unheimlich vielseitig. Und der Grund, warum du jetzt dabei bist, sind ja deine jüngsten Entwicklungen. Und um nicht weiter mir den Mund fusselig zu reden, würde ich dich einfach bitten, stell dich doch gerade ganz kurz mal für alle vor. Ja, sehr gerne. Ja, in der Tat haben wir uns tatsächlich vor sechs, sieben Jahren irgendwie auf einem Event kennengelernt. Damals war ich noch sehr viel auf Netz-Events unterwegs, wie ich das immer so schön genannt habe. Ich glaube, da hatte ich auch noch einen Kalender, ein kleines Start-up, das hieß damals Nerdhub, das ich gemacht habe, wo es darum ging, Tech-Events zu kuratieren. Also, wo muss man überall hin, wenn man sich für Tech interessiert? Und Tech war in dem Fall alles irgendwie Programmieren, Social Media, aber auch gesellschaftliche Fragen, so Richtung Medien und so, war da alles drin. Was mache ich? Ich bin Journalist in Köln, wohne hier in Köln seit, ich glaube, jetzt fast zwölf Jahren oder so. Bin hier nach Köln gekommen, um irgendetwas mit Medien zu machen. Wie hätte es anders sein können? Und ja, habe dann mich hier so ein bisschen in die Netzszene eingelebt und ja, bin jetzt seit knapp einem halben Jahr selbstständig, nachdem ich fünf Jahre lang bei deutschen Start-ups war, beziehungsweise beim Schwestermagazin, das wir dann relativ schnell ausgegründet haben, nämlich Digitale Leute, wo es hauptsächlich um digitale Produktentwicklung ging. Also die Frage, wie werden eigentlich digitale Produkte gebaut? So weniger Geschäftsmodellkram, sondern tatsächlich in den Maschinenraum reingehen und gucken, was machen die Leute da eigentlich? Wir müssen die Teams sein, die Tools und so weiter. Und was uns jetzt nach den ganzen Jahren wieder zusammengebracht hat, nachdem wir uns natürlich immer wieder auch auf Facebook und LinkedIn über den Weg gelaufen sind, waren die aktuellen Entwicklungen, die darin mündeten, dass Facebook sich Meta nannte. Und ich danach gegoogelt habe, ob es überhaupt schon jemanden gibt, der einen deutschen Metaverse-Podcast macht, weil was natürlich international passiert ist, jeder hat seinen Podcast, der auch nur annähernd irgendwie nach VR oder so klang, sofort in den Metaverse-Podcast umbenannt. Was natürlich sehr clever ist für die Suchmaschine, aber es gab natürlich keine deutschen Podcasts. Also habe ich den deutschen Metaverse-Podcast gestartet und den gibt es jetzt diesen freien Tag, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, dann in der sechsten Ausgabe. Genau. Und der Grund, warum ich hier bin, ist vermutlich auch noch ein anderer, denn wir haben, noch bevor wir uns kennengelernt haben, vermutlich angefangen, kleine Klone von uns zu züchten oder Kinder zu haben mit Menschen zusammen. Und natürlich uns als Nerds macht es natürlich einen großen Spaß, den Klonen technische Apparate in die Hand zu drücken und zu gucken, was so passiert. Absolut. Also die Gemeinsamkeit, die wir alle drei heute haben, warum wir zusammensitzen, sind unsere, du hast Klone gesagt, ich hätte fast biologische Sicherheitskopien, nenne ich das immer, aber es läuft auf selbe hinaus. Also wir haben Kinder und wir haben auch Kinder im unterschiedlichen Alter und Thomas, da du ja jetzt, wie du es gerade schon gesagt hast, ja, das Metaverse, darf ich sagen, aus unserer Perspektive für dich gerade neu entdeckst, weil ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, deine erste eigene VR-Brille hast du dir jetzt erst seit drei Monaten, glaube ich, hast du sie dir angeschafft. Also das heißt, das Thema umgibt dich logischerweise aufgrund der Digital-Affinität, die du hast die letzten Jahre, aber du bist jetzt mit eingestiegen und da habe ich gesagt, wow, okay, jemand, der einen Metaverse-Podcast startet, jemand, der das Metaverse für so wichtig empfindet, dass er da einen eigenen dedizierten Informationszweig draus macht und Kinder hat, den brauchen wir, ja, weil digital-affine Menschen natürlich momentan immer vor der Herausforderung stehen, wie gehen sie mit der Medienkompetenz und ihren Kindern eben um. Und Ben, ich glaube, du bist die Person heute, dessen Kinder schon am längsten eurer Welt sind. Sie zahlen noch nicht für die Rente ein, also sie zahlen noch nicht für unsere Rente ein, aber sie tun zumindest schon was fürs Bruttoinland-Produkt, glaube ich, wenn nicht in Form von massiven Weihnachtswünschen. Sie konsumieren heftigst, ja. Also um es klarzumachen, für uns geht es heute darum, wie bringen wir oder wie betrachten wir das Thema Kinder-Virtual-Reality, aber auch Kinder und perspektivisch mal ein wie auch immer anmutendes Metaverse. Und das ist so unser Einstiegsthema heute, über das ich gerne sprechen möchte. Und es ist die erste Frage, die mich direkt umtreibt, ist, wie wurde das eigentlich bei euch damals gehandhabt? Ich selber muss immer an meine Mama denken, die das gar nicht geschnallt hat, was da passiert mit den ganzen Konsolen. Und die hat da auch gar nicht drauf geachtet. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, so manchmal hätte mir ein bisschen Kontrolle, glaube ich, gut getan als junger Mensch, der ich damals war, Spiele zu spielen, die nicht für mein Alter waren, die dann dafür gesorgt haben, dass ich nicht mehr in den Keller möchte. Bis hin zu einem Übermaß an Medienkonsum, der dann sogar, glaube ich, mich ein Schuljahr gekostet hat, wenn ich ehrlich zu mir selber bin. Und insofern, ja, wir werden es später noch herausfinden, habe ich zumindest da die volle Breitseite von dem abbekommen, wo sich manche Eltern damals vielleicht auch Sorgen drum gemacht haben. Wie sah das bei euch aus? Also ich glaube, bei mir war das sowieso noch mal ein Spezialfall, weil ich zwölf Jahre meiner Kindheit in Internaten verbracht habe. Das heißt, ich habe da noch mal eine ganz andere Perspektive. Und da hatte ich sogar die Rolle desjenigen, der dafür gesorgt hat, dass das Internat oder die Internate überhaupt mal ans Internet angebunden wurden. Das war so zu der Zeit, als der Game Boy und der Game Gear am Start waren und jeder zweite Schüler hatte im Prinzip einen Game Boy. Das heißt, man war eigentlich ununterbrochen an irgendeinem grauen Kästchen dran und hat da die Punkte verglichen und sich Tipps gegeben und die versteckten Level gezeigt. Das war eigentlich auch relativ lax gehandhabt innerhalb der Internatsregeln, die da lauteten, es gab dann eben, musste zu einer bestimmten Zeit aufgestanden und eingeschlafen werden. Es gab gewisse Essenszeiten und man musste abends auch mal in die Kirche und so ein Kram. Aber dazwischen konnte man im Grunde tun, was man wollte. Ich hatte dann die Rolle, dass ich dafür gesorgt habe, dass das Internet kommt und habe die erste Internetseite des Internats gebaut. Das heißt, ich war natürlich verpflichtet, mich auch um die Internetseite zu kümmern und hatte den Schlüssel für den Computerraum und habe natürlich den Zugang zum Computerraum geregelt. Das heißt, ich war sozusagen derjenige, der eigentlich die Rolle der Eltern innehatte. Also eine ein bisschen seltsame Situation, aber gleichzeitig natürlich immer wieder Frage, wie viele Stunden Internet darf eigentlich so ein Internatschüler haben. Und tatsächlich war es so, dass das eine Stunde pro Woche war, die von kaum jemandem genutzt wurde. Also das Interesse war auch relativ gering, obwohl der Zugang relativ einfach war und wir auch, sage ich mal, gutes Gerät da hatten. Also es war eigentlich relativ leicht, ins Netz zu gehen und da Dinge zu tun. Ja, das vielleicht mal so in aller Kürze. Nachdem ich aus dem Internat raus bin, habe ich dann studiert und da war es sowieso um mich geschehen und war im Prinzip mit einer DSL-Flatrate, mit einer der ersten, die man haben konnte, andauern bei EVE Online Online und in irgendwelchen Chaträumen und Foren und so weiter. Da war es dann sowieso um mich geschehen. Also wirkliche Kontrolle von meinen Eltern hatte ich nicht. Ich war eher der Typ, der die Kontrolle ausgeübt hat und der aber auch, sage ich mal, damit konstruktiv gearbeitet hat. Okay, Ben? Ja, Spezialfälle scheinen heute irgendwie so in Mode zu sein. Bei mir auch absoluter Spezialfall, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, hoch oder extrem religiöses Elternhaus mit einem sehr ungesunden Maß an Kontrolle, was alles anging, was Kinder dort tun und lassen durften. Was bedeutete, dass zum Beispiel bei uns der erste Fernseher, ich glaube, da war ich 14, 15, da kam der ins Haus. Vorher gab es nicht mal einen Fernseher. Und das hieß natürlich auch, ich habe mir dann andere Wege für Unterhaltung gesucht und das waren dann Bücher. Jetzt werden natürlich alle Traditionalisten sagen, yeah, super, genauso muss man es machen. Hat mir natürlich auch viel geholfen, gerade auch in sprachlicher Hinsicht und auch in kreativer Hinsicht. Bücher lesen ist immer noch eine grandiose Geschichte. Aber ich habe dann halt, sobald ich den Zugang über Freunde hatte, was auch relativ rar gesät war, zu Computerspielen, sofort Blut geleckt und Feuer gefangen. Ich bin bis heute ein absoluter Gamer, also ich sage immer, nicht ganz scherzhaft, den Grad meiner psychischen Gesundheit kannst du daran, wie er aktuell gerade ist, kannst du immer daran messen, wie viel ich gezockt habe in den letzten paar Wochen. Wenn er schlecht ist, zockst du wenig? Dann zocke ich viel zu wenig, viel, viel zu wenig. Also das hat ganz, ganz viel mit Entspannung zu tun für mich. Ich liebe auch Strategiespiele etc. Das heißt also, da gibt es also auch die Verses. Wer es nicht weiß, Ben, von dir ist das beliebteste Cities Skyline Video auf YouTube von die perfekte Stadt. Ich glaube, es geht was? Gefühlt drei Stunden. Eine Stunde lang absolutes Nerdtum. Die perfekte Stadt. 250 Stunden lang Cities Skylines und wie man den verdammten Verkehr in den Griff kriegt. Genau, also solche Sachen interessieren mich total. Darüber hinaus Rollenspiele, das habe ich halt auch damals dann Blut geleckt. Da ging es dann los, wie mein Kumpel dann Gothic gezeigt hat. Hexen hat er gespielt. Sobald ich dann endlich aus meinem vermaledeiten Elternhaus raus war und einen eigenen Computer hatte, dann ging es los mit Unreal Tournament, Lans und ähnlichen Geschichten mit Kumpels und so weiter und so fort. Und ich habe also gerade in den Zeiten oder wo ich Zeit hatte, das hat sich dann auch bis ins Studium gezogen oder so, dann Semesterferien. Das hieß dann morgens früh bin ich um sechs Uhr aufgestanden, habe dann Vanguard Saga of Heroes MMO gezockt und zwar von morgens bis abends gecraftet und zwar drei Monate durch. Bis ich dann am Ende festgestellt habe, okay, hat nicht so viel gebracht. Aber egal, so lief das bei mir und dementsprechend, also eher etwas Spätstarter mäßig. Wir alle hängen aber trotzdem an dieser Zeit. Also wir alle hängen an dieser Zeit und wir erlarmen uns manchmal wahrscheinlich immer noch an dieser Zeit. Also ich habe leider kein einziges Foto von irgendwelchen Kellerladenpartys aus meiner privaten Zeit. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwelche sehe, wo die Leute dann fette CRT-Monitore in Scharen zusammengekarrt haben und man musste sich Gedanken darüber machen, ob das Stromnetz das aushält. Das Hinschleppen der Dinger überhaupt schon, das war der Akt. Wir waren also Spitzenreiter und wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, wir sind im Jahr 2022 entgegen mancher Vermutungen, das Internet ist, naja, nicht nur böse, sagen wir es mal so. Es hat die Welt nicht nur zugrunde gerichtet, es hat mit Sicherheit auch viele Gefahren logischerweise an sich, gerade jetzt in Zeiten von Social Media, etwas, das uns auch gleich betreffen wird. Aber in Summe würde ich sagen, das Internet hat eigentlich, ist gut. Das Internet hat die Menschheit nach vorne gebracht, es hat uns allen einen großen Schritt, es hat uns alle enger zusammengebracht. Freundschaften wurden geschmiedet, Geschäftsmodelle aufgebaut, ganze Wirtschaftszweige sind ohne dieses Datennetz nicht möglich. Und jetzt stehen wir gefühlt durch dieses Stückchen Hardware, was da jetzt gerade aufkommt, also sinngemäß diese VR-Brillen, also eine Technologie wieder, stehen wir jetzt gefühlt oder laut Meinung anderer wieder an so einer Art Scheitelpunkt. Nämlich, jetzt ist die Diskussion, gerade rund um dieses Metaverse, morgen findet all dieser Krempel nicht nur an einem Bildschirm statt, sondern ich werde sinngemäß Teil des Ganzen. Wo ist für euch da jetzt als Eltern der Unterschied, wenn ihr überlegt, Mensch, jetzt lasse ich mein Kind, also ihr beschäftigt euch mit der Frage, ich lasse mein Kind einen Rechner und lasse es dort Inhalte konsumieren. Oder aber, ich setze mein Kind eine Brille auf und wir kommen gleich noch dazu, Ben, was das technisch bedeutet und physisch bedeutet. Aber erstmal, um da so ein bisschen Stimmungsbarometer zu bekommen, wie unterscheidet sich für euch die Frage, lasse ich mein Kind digitale Inhalte am PC-Bildschirm oder in einer VR-Brille konsumieren? Ben, fang du doch gerade mal an einfach. Du hast gerade so einen schönen Abschluss gemacht. Überhaupt nicht. Das ist eine reine Lustfrage meiner Kinder. Also wenn sie Bock haben, etwas in VR auszuprobieren und ich das als unbedenklich einstufe, dann dürfen sie das tun. Also der Jüngste zum Beispiel spielt sehr gerne Beat Saber, immer mal wieder, hat manchmal Phasen, da spielt er zwei, drei Mal am Tag. Dann hat er wieder Phasen, da gibt es einen Monat, da spielt er überhaupt kein VR. Jüngst heißt wie alt? Zwölf Jahre. Der Älteste ist 14 Jahre, der hat sich ein bisschen mehr mit so Sachen beschäftigt, wie zum Beispiel Chess Club VR. So in seiner Phase, wo er viel Schach gespielt hat, da war das interessant mit den animierten Battle-Chess-artigen Figuren beispielsweise. Der Grund, warum ich Schach damals überhaupt nur angerührt habe. Battle-Chess war großartig. Vielleicht sogar bis heute das beste Schachspiel, das es jemals gab. Das könnte sein, ja. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Wie gehen deine Gedanken da rund? Also mein Ansatz ist, dem Kind grundsätzlich alles zu zeigen. Jetzt, ich spreche nicht über Pornoseiten im Internet, sondern tatsächlich, es ist wichtig, dem Kind auch Dinge zu zeigen, selbst dann, wenn es nicht daran interessiert ist. Das ist meine Einstellung, gerade im technischen Bereich, glaube ich, ist das umso wichtiger. Gehen wir mal davon aus, dass der Worst Case eintrifft und tatsächlich laufen wir irgendwann mit Schuhschachteln vor dem Gesicht durch die Gegend. Dann ist das Beste, was dem Kind passieren kann, dass der Vater gesagt hat, probier es doch mal auf. Also mein Ansatz ist tatsächlich, hier, guck mal, nimm das mal in die Hand. Ich habe hier noch zum Beispiel gerade hier rumliegen, kann ich ja mal in die Kamera halten, hier dieses Gerät am Start. Was ich dir natürlich total aufgesetzt habe und gesagt habe, nimm es jetzt mal in die Hand und probier einfach mal aus. Und sie musste praktisch selber herausfinden, wie es funktioniert. Das ist für mich zum Beispiel auch total lehrreich zuzugucken. Wir haben noch einen großen Anteil an nur hörenden Personen. Also was du gerade in die Kamera gehalten hast, war eine Augmented Reality-Brille. So erschien es mir zumindest auf die Kürze hinweg. War die Unreal Light, war das? Das war die Unreal, ja, perfekt. Und das finde ich gut. Also ich meine, was du gerade sagst, ist ja eben genau, das Kind oder die Kinder nicht von solchen Sachen in der Form fernzuhalten, dass sie plötzlich völlig überrannt werden, wenn das Thema dann relevant wird. Weil ich glaube, eins ist klar, diese Medienkompetenz, wie es draußen ja gerade genannt wird, das ist für mich keine spezielle Medienkompetenz, sondern das ist einfach Allgemeinwissen. Also das ist so, als ob man den Kindern irgendwie, weiß ich nicht, grundlegende Dinge unserer Weltwirtschaft oder unserer Welt, ja reden wir mal, streichen wir mal das Wort Wirtschaft, unserer Welt einfach enthält. Und trotzdem stelle ich aber bei uns auch gerade fest, also die Diskussionen, die ich hier teilweise mit meiner Frau führe, gerade was dieses Thema mit diesen digitalen Inhalten jetzt angeht, ich kämpfe hier in meiner Erziehung oder in unserer Erziehung auch noch sehr gegen klassische Mittel. Also meine Kinder sind sechs und acht, das heißt, die haben auch noch alle Zeit der Welt, glaube ich. Ja, Ben, du hast selber gerade gesagt, dass bei dir das Ganze mit 14 anfing und trotzdem ist aus dir ein Digital-Dude geworden. Also diese Diskussion, die man manchmal mittlerweile führt, war es, die Kinder müssen mit sechs schon programmieren und mit neun müssen die ihr erstes Spiel veröffentlicht haben. Und wenn die mit zehn nicht eine Firma gegründet haben, dann kannst du aus denen auch keinen Geschäftsführer mehr machen oder keine geschäftsrunde Person. Das ist Quatsch. Ja, ich glaube, man darf den Kindern gerade in der Zeit noch Freizeit oder Luft zum Atmen geben, um sich alles anzugucken. Also Thomas, du hast gerade gesagt, du zeigst ihnen alles. Und da stelle ich den Kampf gerade fest. Ja, dann gibt es, meine Tochter interessiert sich gerade sehr viel für das Musizieren. Aber die Woche hat halt nur sieben Tage und man möchte so einem achtjährigen Kind halt eben auch nicht montags den Schwimmkurs, dienstags den Gitarrenkurs und ich weiß nicht was und so weiter und so was da reinboxen. Das heißt also, dass das natürliche Maß an Zeit ist auch für einen so jungen Menschen begrenzt. Und so ist es gerade eine Jonglage zwischen meiner Frau und mir. Welche Sachen denn jetzt gerade, kann man sagen, gefördert werden oder welche eben nicht. Ja, finde ich übrigens auch gar nicht so gut, diesen Trend sozusagen, dem Kind zu versuchen, maximal die Zeit zu befüllen, würde ich jetzt einmal von abraten. Also versucht einem Kind auch möglichst viel Freizeit zu geben. Jetzt ist es so, mein Kind hat jetzt nicht allzu viele Hobbys, vielleicht auch wegen den letzten zwei Jahren. Es ist jetzt nicht in jedem Verein und von morgens bis abends verplant. Aber da ist noch genügend Freizeit da, um sich auch zu entfalten, sage ich mal, und auch mal den Gedanken, um den freien Lauf zu lassen. Aber diese Druckbetankung von Kindern, bin ich zum Beispiel auch kein Fan davon. Also wenn sie sagen würde, es interessiert mich nicht, würde ich auch nicht weiter Druck machen. Da würde ich dann sagen, ist klar, du hast es, ich habe es dir einmal gezeigt, du hast es einmal aufgehabt, du fandest es überhaupt nicht toll. In meinem Freundeskreis gibt es ein Mädchen, das wir wirklich oft mitgenommen haben. Also wir haben zum Beispiel kleine Minecraft-Runden gemacht während der Corona-Zeit, damit die sich überhaupt irgendwie auch sozial dann noch miteinander beschäftigen. Und haben dann Discord-Channel aufgemacht, haben einen Minecraft-Server geholt, haben die drei Mädels auf den Minecraft-Server geholt und die da Welten bauen lassen. Ja, und eins davon hat er einfach, war völlig uninteressiert und hat keinen Bock. Was ist es, totale Bücherwurm, liest alle Bücher, die es finden kann, die irgendwie in ihre Alltagsklasse passen. Und das ist fein, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn man das, wenn das Kind anzeigt, interessiert mich nicht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du da gesagt hast. Also Kinder kommen sowieso und auch unser Schulsystem ist ja so darauf ausgelegt, dass innerhalb von zehn Jahren im Prinzip alles durchzupeitschen. Und nach zehn Jahren, also wenn du aus der zehn Klasse raus bist, dann sollst du am besten schon wissen, was du in deinem Leben machen musst. Jeder von uns, die hier sind und Väter sind und Lebenserfahrung haben und auch viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen ganz genau, dass das Bullshit ist. Man entscheidet sich teilweise noch sehr, sehr spät in seinem Leben überhaupt noch mal, also mehrfach um, bis man überhaupt gefunden hat, was man wirklich machen muss. Da sind Jahre noch ins Land gegangen. Man hat vielleicht was ganz anderes studiert. Ich habe eine Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zum Molkereifachmann gemacht. Damals. Das ist, ja, so. Holy shit. Ja, holy shit, genau. Jetzt kommt diese YouTube-Einblindung mit, wer hätte das gedacht. Ja, wer hätte das gedacht, genau. Dieser Redakteur ist ein Molkereifach angeschnallt. Ja, genau, exakt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade auch die Kinderzeit, das ist ja nicht nur einfach eine Zeit, wo man sagt, du musst dich jetzt orientieren dafür, was irgendwann im Leben passiert, sondern du musst ja überhaupt erst mal Kind sein dürfen. Du musst erst mal überhaupt dich selbst kennenlernen müssen. Erst mal, was gefällt dir überhaupt? Wo hast du deine Talente überhaupt? Die muss es selber finden, die kann ich ihm nicht aufoktroyieren. Und da ist genau der Ansatz von dir, Thomas. Der ist genau richtig. Sachen zeigen, das mache ich auch immer mal wieder. Auch mal andere Sachen, auch was Spiele angeht. Also nicht nur Minecraft. Meine beiden Spiele sind auch wie verrückt Minecraft. Das ist irre, was die da auch gebaut haben. Die haben Hogwarts nachgebaut und ähnliche Geschichten. Nur solche Geschichten. Aber dann auch mal andere Sachen zu zeigen und zu gucken, wie reagieren sie darauf. Jetzt haben wir zum Beispiel Star Wars, haben wir den Jüngsten vor kurzem mal gezeigt. Der ist jetzt voll auf dem Star Wars Trip. Jeden Tag suchtet der Clone Wars und alles Mögliche durch etc. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch eben wichtig, und da kommen wir so ein bisschen in diese Richtung rein, dass man eben halt auch ein bisschen aufpassen muss, wie sie sich entwickeln, gerade was auch Bildung angeht. Wie gut sie in der Schule sind, wie gut sie aufpassen, natürlich klar, das sind Sachen, die müssen natürlich trotzdem laufen. Und bei mir ist es, oder bei uns ist es glücklicherweise, haben wir den Vorteil, dass sie relativ wenig Probleme in der Schule haben, sehr gut in der Schule sind, nicht so viel lernen müssen. Gleichzeitig aber auch selber schon so dieses Wissen für sich gefunden haben, okay, wenn eine Arbeit ansteht, dann muss ich auch üben. Dann kann ich mich eben, obwohl sie die Möglichkeit haben, auch den Computer selber anzumachen und dort zu spielen oder an ihr Tablet zu gehen oder an den Fernseher, sitzen sie da und machen dann halt ein, zwei Stunden lang einfach ihre Hausaufgaben, ohne dass ich mich hinstellen muss und sagen muss, jetzt aber, sieh zu. Oder wenn du eine schlechte Note nach Hause bringst, dann ist irgendwie, oder ihr kennt diese üblichen klassischen Mechanismen. Aber jetzt sind wir ja kein Erziehungspodcast in erster Linie, also ich verstehe total, worauf wir alle hinaus wollen, denn die Kunst in all diesen Themen, die wir gerade hatten, nämlich die Kinder zu, ach Gott, könnt ihr mir helfen, wie das deutsche Wort, enablen, die Kinder zu. Befähigen. Danke sehr, ja. Also dazu zu befähigen, sich einfach mit allem mal auseinanderzusetzen. Und das ist die schwierigste Kunst für mich gerade als Vater. Ist es aber natürlich auch in dem Moment zu erkennen, okay, wo sind eventuell die Interessen so groß, das muss ich, das muss und darf ich jetzt auch weiter fördern. Und genau wie du es gesagt hast, Thomas, dafür dürfen dann auch andere Sachen einfach mal runterfallen. Nicht jedes Kind kann vielleicht sofort artikulieren und sagen, nee, also das macht mir jetzt keinen Spaß, ich möchte die mal lesen oder sonst irgendwas. Ja, ist auch nicht schlimm, wenn das Kind nicht alles kann. Also euer Kind darf Fehler haben oder Dinge nicht gut können und das ist schon in Ordnung. Ich finde es ganz lustig, wenn man es dann geschafft hat, dass das Kind dann die Brille aufzieht, welche auch immer das ist, eventuell hat sie einem das sowieso schon längst vom Kopf gezogen, aber im anderen Fall, wenn man es dann aufgesetzt hat, dann ist euch bestimmt aufgefallen, naja, das sieht ein bisschen lustig aus, ja. Also die Kinder haben halt kleine Köpfe und dann ist da so eine riesige Brille drauf, ich meine so eine AR-Brille von Unreal, die sieht schon an mir groß aus und an so einem Kinderkopf erst recht. Wenn ich dem Kind die Quest 2 auf den Kopf gebe, dann muss ich erstmal den Gurt maximal eng machen, damit er überhaupt draufpasst. Es wird eigentlich relativ schnell klar, diese Dinger sind nicht für Kinder gemacht. Also das muss einem auch klar sein, rein technisch gesehen ist das nicht für einen Kinderkopf gemacht und das ist vielleicht auch ein Problem. Also wir haben ja laut Meta die offizielle Empfehlung, dass so eine Brille ab 13 Jahren, meine ich, 14, 13, doch ab 13 Jahren darf sie benutzt werden. Ich meine sogar, dass es damals eine ähnliche Empfehlung auch bei dem 3DS gab, ja, der Nintendo 3DS, der hatte auch aufgrund dieses stereoskopischen 3D-Effekts, gab es auch eine riesige Diskussion, ob die Augen sich verstellen, ob da irgendwelche bleibenden Schäden entstehen, sodass Nintendo irgendwann die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, gut, das Teil ist jetzt ab 13 Jahren und wer es seinen Kindern eh aufsetzt, das ist dann nicht mehr unsere Diskussion. Und bei Meta oder generell bei VR-Brillen kann man das aber sofort nachvollziehen, wenn man diesen Effekt selber mal erlebt, Thomas, den du gerade beschrieben hast, nämlich auf dem Kopf meines sechsjährigen Kindes, selbst wenn ich den Augenabstand auf Minus oder auf Eins mache, bin ich mir manchmal nicht so sicher, wie dieser Kerl das Ganze jetzt gerade wahrnimmt. Also er bewegt sich zielsicher durch VR-Welten, er kann Dinge auch sofort greifen. Ich habe ihn auch mehrfach gefragt, wird dir schlecht oder sonst irgendwas? Nö, passt alles, also gehe ich davon aus, irgendwie scheint es zu klappen. Aber ich gebe dir recht, es wird sofort klar, dass wir hier viel mehr an, und das ist uns im Erwachsenenbereich ja auch schon bekannt gewesen, aber in dem Moment hängen wir noch viel mehr an die Hardware, an der Hardware-Bauweise, an der Hardware-Formation in Bezug auf den Menschen, der es nutzt, als mit einem Bildschirm oder mit einer Maus oder mit einer Tastatur. Wo sich dann die Frage stellt, wird es mal Headsets für Kinder geben? Absolut, ja, also die Frage, die Frage... Es gibt ja auch Smartphones für Kinder, beziehungsweise es gibt ja auch kleine und große Displays. Nein, wirklich? Ja, wobei die sind ja richtig schlecht. Ich weiß nicht, habt ihr eurem Kind mal ein Kindersmartphone gegeben oder eine Kinder-Digitalkamera? Bei Digitalkameras kann ich es übrigens empfehlen, da gibt es richtig gute Geräte, die auch von einem Truck überfahren werden können, ohne dass sie dann kaputt gehen. Die sind wirklich toll, aber bei Handys hast du halt dann kleine Displays und große Displays. Und das ist halt bei einem VR-Headset noch nicht so. Und ein schöner Effekt oder beziehungsweise eine Sache, wo wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen über den Effekt am Kind sozusagen auch feststellen können. Bei meinem Kind ist es so, dass sie sogar bevor der Akku leer ist, die Brille abnimmt und sagt, Papa, ich brauche mal eine Augenpause. Habe ich ihr nicht beigebracht, das Wort habe ich nicht gesagt, du musst jetzt eine Pause machen, sondern ich lasse sie dann meistens noch laufen und gucke mal, was passiert. Und dann, wenn ich merke, okay, sie ist jetzt völlig am Arsch, dann rette ich sie. Aber von sich aus sagt sie, Mama, Papa, ich brauche eine Augenpause. Und das sagt mir ja eigentlich auch schon, alles klar, das strengt die Augen halt total an. Und ihr, sie wohl mehr als mich. Das ist gerade deswegen oder gerade dieser Punkt der Hardware und der Hardware-Spezifikation im Zusammenhang mit dem Kopf des Kindes ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument dafür, dass Eltern diejenigen sein sollten, die das zum ersten Mal den Kindern zeigen. Weil sie nämlich eben gerade dann darauf achten können, wie geht es dem Kind unter dem Headset. Also wenn, lass mal den Achtjährigen oder den Neunjährigen zum Kumpel gehen und der hat da eine unbeaufsichtigte Quest rumliegen etc. Keine Ahnung, ob das unbedingt so gut funktioniert. Der Punkt ist folgender und das ist, ich habe das halt bei meinen Kids auch gesehen, die spielen ja schon seit Jahren immer mal wieder VR, nicht sehr häufig, aber eben halt immer mal wieder, wenn sie Lust haben. Und gerade so in den Anfangszeiten war es ein ähnlicher Effekt zu sehen, der nicht nur mit den Augen zu tun hat. Also die Augenermüdung ist halt ganz klar. Ihr kennt das mit dem Fokus, der sogenannte Vengeance-Accommodation-Konflikt, der dort entsteht. Das ist auch für Erwachsene schon anstrengend, für Kinder natürlich auf jeden Fall auch. Aber natürlich auch noch das Gewicht der Brille. Die Quest 2 ist schon sehr bequem, aber bringt natürlich gerade auch auf den kleinen Kindernacken sehr viel Gewicht drauf zu. Das war etwas, was ich häufiger hatte, dass dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde Beatshelbern gesagt wurde, boah, das ist mir jetzt zu schwer, ich mache jetzt auch eine Pause. Also die hören dann auch entsprechend auf. Und in dem Zusammenhang ist es eben ganz besonders wichtig, dass man da eben als Eltern auch einfach ein Auge drauf hat, auf die Nutzung, wie häufig das passiert. Auch zu sehen, okay, der zwingt sich jetzt irgendwie da drunter, weil es ihm gerade großen Spaß macht. Aber es wäre einfach mal Zeit für eine Pause. Dann ist morgen oder übermorgen auch noch Zeit, um das weiterzumachen. Und das ist ganz lustig, wenn man das jetzt mal vergleicht zu klassischen Technologien, die wir heute nutzen, wie zum Beispiel ein Smartphone, wo, sage ich mal, die Effekte eher die sind, dass dann der Arm schwer wird oder so. Ja, also da sind die Widerstände noch bei weitem nicht mehr so groß, wie sie jetzt bei diesem Headset sind. Das heißt, wir haben eigentlich Glück, dass die technischen Bedingungen sozusagen dem Kind auch die Grenze zeigen und automatisch dafür sorgen, dass das Kind das Ding abnehmen will. Ja, also es gibt nämlich, und das wird gerne unterschätzt, bis zu einem gewissen Alter tatsächlich einen sehr starken Trieb des Selbstschutzes. Ja, also wenn ein Kind aus Versehen auf eine Pornoseite kommt, was passiert? Das Kind klickt schnell weg. Ja, das schützt sich nämlich selber, weil es völlig überfordert ist, was da ist. Und die meisten Kinder klicken das sofort weg. Ja, wenn irgendetwas ist, was sie stört, dann wollen sie das von sich wegnehmen. Ja, sie haben ein schweres Headset drauf, sie haben Schmerzen im Nacken. Ja, dann machen sie das Headset weg. Ja, so sind Kinder nämlich noch. Sie schützen sich teilweise auch noch selber, was nicht bedeutet, dass Eltern nicht ein Auge drauf haben sollten. Aber das ist toll, dass es das gibt, diesen Selbstschutz. Und das hilft uns sozusagen jetzt noch bei diesen schweren VR-Headsets. Während bei Social Media haben wir das nicht mehr. Ja, da muss man ganz bewusst dafür sorgen, dass Kinder von TikTok wegkommen. Ja, und da hilft ein Medienzeitbudget. Mein Kind hat sowas nicht, weil ich es nur einmal am Tag, einmal in der Woche sehe. Also das heißt, ich habe da weniger Kontrolle drüber in dem Sinne. Und das sorgt dafür, dass ich auch mal mitten in der Nacht mit meinem Kind auf WhatsApp schreibe. Obwohl das eigentlich längst schlafen sollte, weil es sich auf YouTube oder TikTok irgendwie verguckt hat die ganze Zeit. Und das ist tatsächlich aktuell ein Problem. Und stellt sich natürlich die Frage, ob das in Zukunft auch für VR ein Problem sein wird. Jetzt haben wir natürlich zwei Sachen vermischt. Also was ich interessant fand, Ben, was du gerade beschrieben hast, dass Eltern so ein Headset auch einfach mal ausprobiert haben müssen. Mir ist das gerade erst auch wahr geworden. Ich habe ja jetzt die letzten fünf Jahre auch auf Messen oder in Veranstaltungen oder natürlich auch mit Kunden Brille auf, Brille ab, Brille auf, Brille ab. Und man weiß mittlerweile, okay, wenn die Leute Dinge beschreiben, woran es gerade liegen könnte, sitzt die Brille richtig auf der Nase, schieben sie sie mal rauf, schieben sie sie mal runter, lassen sie mich den Augenabstand mal einstecken. Das habe ich bei meinen Kindern ziemlich unbewusst natürlich relativ zügig rausgehabt. Ja, also das heißt, wenn mein Sohn dann da irgendwie den Kopf hoch macht und aber dann so durch die Welt läuft, weil ich halt weiß, er guckt jetzt gerade nach unten, dann weiß ich, okay, die Brille ist einfach gerade zu weit runtergerutscht auf seinem Kopf. Ich muss die ein bisschen höher fixieren oder sowas. Oder wenn er halt beschreibt, dass er Dinge doppelt sieht. Also das sind schon Grundvoraussetzungen auch für die Personen oder für die erziehungsberechtigten Personen im Bewerb zu checken, schade ich gerade meinem Kind auf einer physischen Art und Weise. Ja, weil machen wir uns nichts vor, wenn du mit einem schlecht kalibrierten Headset, wo die Linsen im schlimmsten Fall den äußersten Abstand haben, da geht es dir einfach auch nicht gut. Ja, das ist der Moment, wo oft die meisten Leute auch gesagt haben, VR ist nichts für mich, weil da wird mir schlecht drin und ich behaupte, es lag entweder daran, dass sie nicht ordentlich das Headset aufgezogen haben oder der Inhalt völlig deplatziert war für das, was man, also die Achterbahnfahrt, ja Mensch, ja, da wird dir schlecht wie in einer echten Achterbahn. Nee, eben nicht, da wird dir schlecht, weil die Bewegung, genau, genau, richtig, da wird dir schlecht, weil die Bewegung nicht zu deinem, zu deinem Gesehenen, das Gesehenen nicht zu der Bewegung deines Innesohr passt. Und das ist schon krass, weil man davon ausgehen darf, jetzt die Welle, die uns ja auch zu diesem Gespräch heute bewegt hat, nämlich eine vermeintlich riesengroße Anzahl an verschenkten Quest-Geräten, Quest-2-Geräten unter den Weihnachtsbäumen 2021, sind überwiegend in den Händen der Kinder gelandet und es ist davon auszugehen, logischerweise, so ein Weihnachtsgeschenk packt nicht erst die Mama aus und sagt, ich probiere das aber mal aus, ja, also wer hat das schon mal gemacht? Oder ich höre mir das Hörbuch vorher einmal an und gucke, ob die Inhalte für meine Kinder geeignet sind. Nee, da steht bei mir ein Blümchen drauf oder x-beliebige andere Kinderserie und das wird schon passen. Und während man beim Internet, also wenn ich meinem Kind zum Beispiel ein Handy schenke, dann kenne ich mich im Internet relativ gut aus und weiß, was ihn dort erwartet. Während wenn ich dem Kind ein VR-Headset schenke, dann muss ich leider sagen, dann weiß ich halt noch nicht so sehr, was da eigentlich los ist. Noch nicht, noch nicht. Also es ist davon ausgehend, dass es noch nicht so ist. Und jetzt kommt der nächste Knackpunkt und der, finde ich, ist kritisch. Selbst, mal angenommen, du schenkst deinem Kind ein Handy, dann kannst du immer noch besser dabei sein, wenn es dieses Handy erlebt, als bei einer VR-Brille. Ja, also das ist ja der Punkt, den wir auch alle selber erleben. Ich erinnere mich immer noch an den Satz, den meine Frau zeitweise oft zu mir gesagt hat, gerade in der Anfangszeit, wenn ich dann eine VR-Brille zu Hause aufgesetzt habe, dann hat sie zu mir gesagt, tschüss. Ja, weil für sie war ich, gedanklich war ich jetzt weg. Ich war zwar noch im Wohnzimmer und bin da rumgetanzt, aber sie wusste, sie braucht mich nicht ansprechen. Und ich, anders als wenn ich irgendwie ein Game oder so nebenbei gezockt habe, ich war für sie nicht mehr Teil dieses Raums in dem Moment. So, und das macht VR mit einem. VR kapselt einen ab und das ist die Magie und das ist das Potenzial, was dahinter steckt. Aber es erschwert natürlich dann in dem Moment auch das, was man im Bereich Medienkompetenz oder gemeinsames Erleben immer wieder spürt. Man kann es eben nicht gemeinsam erleben, zumindest nicht ohne Umwege und nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wobei, PSVA zum Beispiel, da wird das ja auf dem Fernsehen gezeigt. Das heißt, wenn die nicht jetzt auch noch einen Kopfhörer aufhaben, der ziemlich gut ist, also das haben wir zum Beispiel auch noch nicht gemacht mit Kopfhörern, dann kann man tatsächlich noch miteinander sprechen und ich mache das auch ganz aktiv. Bei der Quest ist es so, entweder mache ich es über die App, dass ich auf dem Handy mitgucke, was aber ein bisschen nervig ist, weil dann der Ton doppelt ist und das war mit einer Verzögerung. Das heißt, du hast immer so ein Echo. Oder über die Webseite quest.com slash, ich vergesse immer den Namen, wie das heißt, es ist nicht Sharing. Es ist Sharing. Es ist Sharing. Ich bin der Meinung schon, aber ja, also es gibt Mittel und Wege, um auch auf einer Quest zuzugucken. Das geht auch relativ schnell. Also du musst einfach nur die Seite aufrufen. Und dann, du hast deinen Computer sowieso gepaart meistens. Gut, außer es ist ein Wohnzimmer, wo dein Computer nicht da ist, aber dann machst du es mit dem Laptop oder so. Aber das geht schon. Man kann sehr gut mitgucken. Leider verliert man ein paar FPS dann in der Quest, aber ich sag mal so, wenn man jetzt nicht gerade die ganz krassen Games zockt, dann geht das eigentlich schon. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch dem Kind zu zeigen, ich gucke da drauf. Du bist nicht alleine und ich gucke da drauf. Das kommt mit Sicherheit und es gibt jetzt auch schon ziemlich interessante Konzepte, wo du dann über Augmented Reality mit deinem Smartphone tatsächlich auch die Szene in deinem Wohnzimmer betrachten kannst, in der sich dein Kind oder die Mitspieler gerade befinden. Ja, und ich glaube auch, der nächste Step müsste eventuell sogar sein, dass es Möglichkeiten zur gemeinsamen Interaktion gibt. Wie oft würde ich mir manchmal wünschen, dass ich für meine Kinder durch irgendwelche Menüs oder sowas gehen kann, während sie dann in der VR-Brille sind. Ja, das sind auch Dinge, die ich aus dem Messebetrieb damals sehr oft mitgenommen habe. Eigentlich alle Anwendungen, die wir früher entwickelt haben, waren immer gekoppelt mit einer Companion-App am Smartphone oder an einem Tablet. Aber das war bidirektional. Das heißt, du konntest über das Tablet dann eben die Szene starten. Du konntest eventuell die Leute an den Ursprungszustand setzen. Du konntest die große, die lange, die ganz lange Tour auswählen. All solche Sachen. Da wünsche ich mir auf jeden Fall seitens der Hersteller, dass es in die Richtung geht, das Smartphone nicht nur zu einem Fenster in diese Welt zu machen, sondern auch zu einem Interaktionsgegenstand, der es eben ermöglicht, mal eben kurz in die Einstellung oder sowas zu gehen. Technisch ist das alles da. Jetzt haben wir viel über die Hardware gesprochen und sind jetzt aber schon nahtlos bei der Software angekommen. Wie waren denn so eure ersten Eindrücke, wenn die Kids sich so eine Brille aufsetzen und das erste Mal diese virtuelle Welt erleben? Ich meine, klar, wir alle erlauben uns irgendwo an dem Moment. Es ist immer toll, anderen dabei zuzusehen, wenn sie eine VR-Brille ausprobieren. Aber was hattet ihr für ein Gefühl, wie der Körper das gerade verarbeitet und wie er damit umgeht? Ich wähle zu Ben. Es ist interessant gewesen zu sehen beim ersten Mal, dass meine Kids nicht so begeistert waren, also nicht so enthusiastisch, wie ich es war, als ich 2016 das erste Mal so ein Headset auf hatte und da in irgendwelche Abgründe geblickt habe oder Bogenschießen gemacht habe. Was hast du ihnen gezeigt? Was war das Erste, was du ihnen gezeigt hast? Die haben mit Beat Saber angefangen. Und das war cool. Das gab es schon 2016? Nein, 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 nein. Er hat 2016 so angefangen. Ich war halt ultra-enthusiastisch und als meine Kids das erste Mal die VR-Brille aufhatten und gebeat-sabert haben, das war cool. Gebeat-sabert, oh Gott. Aber sie haben es auch gerne auch später weitergemacht, aber dieser Mords-Enthusiastus war nicht das. Es war für sie einfach normal. Also Papa hat neues technisches Spielzeug. Ja, also ich sitze hier auch vor einem Haufen Monitoren. Das heißt, sie kennen das. Sie haben selber, sind aufgewachsen mit Fernseher, mit Tablet, mit einem Smartphone, das sie nie nutzen und haben eigene Computer. Das heißt also, dieser technische Zugang war grundsätzlich immer schon da. Deswegen war dieser Sprung gar nicht so riesig, dass man jetzt gesagt hat, so wow, das ist der Oberhammer, wie es bei uns jetzt gewesen ist, wo wir ewig lang eben nur flat hatten und jetzt ganz plötzlich in diese Welten abgetaucht sind. Da ist man natürlich viel mehr geflasht. Aber es ist mehr natürlich gewesen. Also so einfach ist es einfach eine neue Art der Technik und sie wurde einfach auch so angenommen, wie ich es mir aktuell wünsche. Einfach im digitalen Zeitalter zu sagen, so das ist was Neues, das probiere ich aus und wenn es mir gefällt, dann mache ich es halt mal und wenn es mir nicht gefällt, mache ich es eben ein bisschen weniger. Thomas, was hast du deiner Tochter zuerst gezeigt und wie ist sie damit umgegangen? Also ich habe ja schon relativ früh ein Google Cardboard vor das Gesicht gehalten. Ich hatte damals, als ich noch am Startplatz hier ein Coworking Space in Köln war, ein Startup, die die Dinger ausgedruckt und bedruckt haben. Und da habe ich dann eins geschenkt bekommen, so schön auch mit einem Gummiband um den Kopf herum, was dann nach dreimal benutzen schon kaputt war. Aber es war trotzdem ganz cool, um damit so ein bisschen rumzuspielen. Dann gab es ein paar Experiences. Das heißt, sie kannte das schon und fand das interessant und fragte auch immer wieder mal nach. Also das war dann tatsächlich auch Teil irgendwie der Fantasiewelt. Ah, ich habe jetzt mal wieder Lust, diese Experience zu machen. Und das war nur mit dem Google Cardboard. Der zweite Kontakt war mit einer Oculus Rift. Weiß ich nicht genau, welche Version das war. Das war in der Stadtbibliothek. Da war irgendein Event und da konnte man sich ein 360-Grad-Foto sozusagen anschauen, was natürlich sehr spannend war. Das fand sie sehr cool, bis auf die Tatsache, dass die Brille viel zu groß für sie war. Also da war sie, glaube ich, sechs oder sieben oder so. Und eigentlich war es erst ab zehn und wir haben sie dann trotzdem irgendwie reingeschmuggelt, weil ich halt unbedingt wollte, dass sie das ausprobiert. Hat sie gemacht, fand sie cool, aber ich glaube, es war einfach sau unbequem. Das war das Ding. So, das hier jetzt eigentlich, nachdem ich im letzten Jahr eine Quest 1 hier hatte, zu einem Event von der CO Pop, die so eine coole Geschichte gemacht haben, weil es ja nicht in echt ging. Haben wir Konzerte und Vorträge in VR gemacht. Deswegen haben die dann Quest 1 rumgeschickt. Hatte ich eine hier für eine Woche. Und das heißt, da war nochmal der Kontakt. Dann wusste sie auch schon, was das ist. Ja, also es war für sie gar nichts Neues, sondern sie wusste das. Und sie fand, sie hat relativ natürlichen Umgang gleich von Anfang an gehabt. Ich meine, das ist schon ziemlich gut gemacht. Also zum einen wissen wir natürlich schon, wie eine Konsole funktioniert. Sie hat selber eine Switch. Deswegen kennt sie sich damit auch so ein bisschen aus, weil es wie die Knopfbelegung ist. Die ist ja immer überall gleich. Die Quest ist eine Spielekonsole, zunächst einmal von der gesamten Usability her. Deswegen war der Umgang da sehr natürlich. Und ich sag mal so, sobald sie Beat Saber ausprobiert hatte, war sie komplett verfallen. Und ein Beat Saber sucht die und hat praktisch den ganzen Tag, als sie bei mir war, bis die Batterie leer war, die Beat Saber-Demo gespielt. Ja, also der eine Song hat gereicht sozusagen. Er ist ein guter Song. Die haben einen guten Song ausgesucht. Aber die Beat Saber-Demo konnte sie praktisch komplett auswendig. Und das ging relativ schnell. Also ja, das war schon cool. Also ich merke schon, ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich bin, obwohl ich ja eigentlich mich immer selber als sehr digital und sehr vorne mit dabei auch empfinde, merke ich, dass ich sehr restriktiv mit meinen Kindern umgehe, weil bei mir war es tatsächlich so, obwohl ich jahrelang eigentlich alles an Krempel hier zu Hause oder zumindest auf der Arbeit zur Verfügung stehen hatte, was es da die letzten sechs Jahre gab, habe ich sie erst unter eine Quest 2 gelassen. Zum einen natürlich, weil meine Kinder dann auch erst alt genug waren. Also ich hatte ja gesagt, sechs und acht sind die jetzt. Und bei der Quest hatte ich immer so das Gefühl und auch den Eindruck, okay, alles, was ich da drin jetzt gerade mache, ist polish genug. Und das Headset ist auch robust genug, um das abzukönnen. Und der eigentliche Teil oder der eigentliche Grund, warum ich es damals ausprobiert hatte, das war so vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor einem Jahr mittlerweile, war, dass Richie's Plank Experience, nämlich der Fahrstuhl, wo man nach oben fährt, ein Handtracking-Update bekommen hat. Und ich dachte, Mensch, das möchte ich mal ausprobieren, weil meine Kinder eben, also unsere Medienzeit in der Woche für meine Kinder beschränkt sich tatsächlich auf eine Stunde. Also ihr habt ungefähr eine Ahnung davon, wie wenig. Der ganzen Woche. Ja, wie wenig meine Kinder zocken oder Fernsehen gucken. Sie wollen, also ihnen fehlt aber irgendwie auch nichts. Also ich meine, was jetzt nicht zählt, ist Musik oder sowas. Oder was war es jetzt letztens? Genau, also man kann schon sagen, auf die Bildschirmzeit ist es beschränkt. War das deine Idee oder die Idee deiner Frau? Na, wir haben zusammen darüber diskutiert, aber ich habe verloren. Also es ist schon eher so, dass ich das nicht so kritisch gesehen habe. Alleine schon, weil mein Argument war, in der Stunde kannst du dir ja nicht mal einen Film oder sowas angucken. Also da geht ja fast gar nichts. Es lockert sich gerade auch alles so ein bisschen auf, logischerweise. Also die Diskussionen werden natürlich von mir quartalsweise geführt, sodass wir jetzt auch die ersten guten, schönen anderthalbstündigen Kinderfilme gucken konnten. Also alles gut. Aber das Interessante dabei ist eben schon, also meine Kinder können, sie können Super Mario spielen, aber darüber geht es jetzt nicht hinaus. Also das heißt, man merkt da schon, dass die einfach mit dem Controller noch nicht so umgehen können, wie ich mir eingebildet habe, wie ich mit acht Jahren mit so einem Ding umgehen kann. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, das ist mir aber zu nahezu keinem Zeitpunkt in VR aufgefallen. Also die Interaktion ist halt dann doch wieder auf einem so anderen Level natürlich, dass dieser Richies-Plank-Experience-Moment dazu geführt hat, dass meine Kinder halt natürlich mega geflasht waren, zum ersten Mal auf dieser Straße zu stehen. Mir persönlich war auch sehr wichtig, dass es direkt ein Sechster auf Inhalt ist. Ich wollte eigentlich nicht irgendwelche Panoramabilder oder sowas starten, weil der übliche Weg eines VR-Neuling ist, dass er einen Schritt nach vorne geht und in einem Panorama meistens dann feststellt, geht halt nicht. Ich kann nicht um die Ecke gucken. Es hat aber auch dazu geführt, dass mir direkt so Dinge aufgefallen sind, wie dass beispielsweise mein Sohn zum damaligen Zeitpunkt, der ist gar nicht an den obersten Knopf im Fahrstuhl gekommen. Also ich musste ihn physisch hochheben, das macht die Brille auch wunderbar mit, ich musste ihn physisch hochheben, damit er mit seiner Hand auf den obersten Knopf in diesen Fahrstuhl halt drücken konnte. Wie in echt? Ja, genau. Meine Tochter ist dann auf die Idee gekommen, zu sagen, lass uns doch dann einfach einen Hocker in die Mitte vom Playspace stellen, was dann ihre Höhenerfahrung automatisch noch höher gemacht hat, noch schöner hat werden lassen. Aber die haben Spaß gehabt und ich habe sie nicht runterfallen lassen, ganz kurz. Dieses Interface wird natürlich jetzt wieder natürlicher. Also vorher hatten wir praktisch ein Gerät dazwischen und jetzt wird es wieder natürlicher, wenn wir anfangen, wieder unsere Hände zu sehen. Selbst wenn du einen Controller in der Hand hast, sieht das ja teilweise aus wie eine Hand. Und das heißt, das wird wieder natürlicher, die Verbindung zum Körper wird wieder hergestellt. Du kannst zeigen. Es gibt meistens auch Linien oder Laser, die dann zeigen, wo du hin zeigst und wo du was klickst und schießt und so. Das heißt, man muss tatsächlich jetzt eher darauf achten, dass die sich nicht zu natürlich verhalten. Also wie du sagst, nicht nach vorne laufen. Ich habe neulich angefangen, die Star Wars Trilogie auf der Quest 2 zu spielen, also im Vader Immortal. Ja. Extrem beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Sehr gut umgesetzt. Und teilweise muss ich mich zurückhalten, Dinge nicht einfach zu tun. Also man will alles anfassen, man will Knöpfe umlegen, man will dorthin laufen. Dann kommt Darth Vader auf einen zu. Eigentlich will ich dem sofort meine reindonnern, geht natürlich nicht so. Und lauter so Dinge, also das heißt, man muss da sogar wieder zurückdenken. Also vorher musste man immer schauen, wie kann ich was machen überhaupt und musste auch viel Empathie in die Geräte reinlegen. Welche Knöpfe machen jetzt eventuell was? Und jetzt ist es genau andersrum. Man würde alles gerne machen und macht das auch, aber merkt, das funktioniert gar nichts. Finde ich aber momentan noch immer wieder eine gute Grenze, weil es auch den Kindern relativ, also jetzt in Bezug auf Kinder relativ klar aufzeigt, okay, du bist hier immer noch in einem Computerspiel, also dass man eben Dinge nicht tun kann. Seine Hände, die durch Objekte durchgleiten, den Kopf, den man dann mal in die Wand reinstecken kann. Weil am Anfang, gerade für meinen Sohn, also mein Sohn, der ist absolut empathisch, der nimmt das Ding voll mit. Ja, also der kann auch momentan, das einzige Familien- oder das einzige Spiel, was wir momentan wirklich in VR auch spielen, ist Walkabout Minigolf. Also wir machen dann immer den Trainingsmodus an, dann nehmen wir uns den Sonntag irgendwie Zeit oder sowas, weil auch wieder pandemiebedingt halt viele Dinge zu sind. Und da sind wir so auf die Idee gekommen, dann machen wir doch einfach eine Familien-Minigolf-Runde und tauschen dann so nach jedem Loch oder nach jedem, nach jedes Mal, wenn jemand eingeloggt hat, tauschen wir die Brille, schreiben die Simmer auf. Und das geht für ihn noch, aber als ich mit ihm andere Dinge ausprobiert habe, wie zum Beispiel einen Beat Saber oder so, das ist ihm zu krass. Also wie die Dinge auf ihn zukommen, da setzt er die Brille ab und sagt, nee, das kann ich nicht, weil ich habe Angst, Papa, wenn ich den Block nicht treffe, dass der mir gegen den Kopf knallt. Ich weiß, der ist nicht da, Papa, aber ich habe trotzdem Angst, dass er mir gegen den Kopf knallt. Und da denke ich mir, okay, akzeptiere ich. Und trotzdem, trotzdem finde ich es so faszinierend, wie man Kinder, wenn man ein Computerspiel designt und gerade wenn man ein VR-Spiel designt, habe ich die Vermutung, so als Benchmark dafür nehmen kann, ist das ein gutes UI oder ist das ein schlechtes UI. Beziehungsweise, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil natürlich Kinder, Körper und Geister sind dann schon nochmal ein bisschen anders wie Erwachsenenkörper und Seelen. Und wenn du ein Sport, also in echt für Kinder, ist ein anderer wie Sport für Erwachsene. Und ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis darauf, dass man eventuell Spiele für Kinder in VR dann doch anders auch konzipieren muss. Zum Beispiel auch und vielleicht sogar auch für Frauen, das ist übrigens auch was, was das Thema Inklusion angeht oder Leute, die in Rollstühle sitzen oder so oder sitzen. Es ist halt so, dass Höhen und Weiten anders sind, wenn du einen anderen Körper hast. Und momentan wird das eben für den 1,83 Meter großen mitteleuropäischen Mann designt alles. Und die Controllergrößen, die Brillengrößen und alles, was ich als absolutes Problem sehe. Wobei natürlich jeder Hersteller sagt, wir wollen natürlich total inklusiv sein. Tatsächlich ein Hardware-Effekt, den du mal mitbekommst, wenn du dir eine Pico oder sowas aufsetzt. Da merkst du nämlich dann, dass der Nasenausschnitt nicht für Europäer designt ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei der 3 noch so war, aber bei den, und ich habe jetzt keine Riesennase, aber bei den ersten Pico-Geräten ist es wirklich so gewesen, dass ich vorne Dreh entgegengekommen bin. Und zwar so doll, dass die Brille auch, ja, wie sagt man, weggedrückt wurde vom Gesicht mehr oder weniger. Ja, krass, okay. Aber ja, also Inklusion ist generell ein Riesenthema, aber ich finde eben auch eine Riesenschance, weil der Körper oder weil eben auch Bewegung auf vielerlei Ebenen so natürlich eingebunden werden kann. Also bleiben wir bei diesem Minigolf-Beispiel. Ich selber habe mich schon dabei erwischt, wie ich mir vorgestellt habe, okay, wie würde ich meinem Kind ein virtuelles Minigolf am PC bereitbringen? Ja, du hast hier deine Maus, du zielst mit einem Fadenkreuz irgendwo hin, dann kommt meistens so dieser Stärke oder Stärke-Ausschlag, wo man zum richtigen Zeitpunkt drücken muss, ja, so ein bisschen Herausforderung muss ja dabei sein, und dann flippt der Ball eben da durch, aber am Ende hast du kein Gefühl für Räumlichkeit oder Tiefe, das muss sich erst entwickeln. Und bei diesem Minigolf-VR-Spiel, ey, also der hat den Putter in der Hand gehabt, ja, und wusste sofort, alles klar, gut, wir waren vorher auch mal in echtem Minigolf-Spielen, und wusste sofort, der Putter ist dafür da, um diesen Ball nach vorne zu befördern, und je weniger doll oder je mehr Kraft ich aufwende, um zu schlagen, umso weiter fliegt der Ball. Natürlich musste sich da auch der Effekt erst mal dran gewöhnen, dass Schlagen eines virtuellen Balls ein anderer ist, aber da war für mich schon so ein Moment da, wo ich gedacht habe, okay, gerade natürlich Spiele, die die Geschicklichkeit voraussetzen, da profitiert dieses Medium enorm von. Ja, und ich glaube, wenn man praktisch Echtleben-Erfahrung hat, dann hilft das auch im virtuellen Leben. Das ist, glaube ich, einfach, also wenn jemand auch schon mal Tischtennis gespielt hat, dann weiß er, wie der Ball sich bewegt und wie sein Körper sich bewegt und so, das hilft, glaube ich, alles. Ich glaube, das könnte, also ich weiß allerdings nicht, ob es jemals soweit kommen wird, dass wir von Meta eine Kinder-Quest bekommen. Ich glaube, das wird niemals passieren. Genau, gerade da ist ja aktuell auch die Diskussion um die Rolle, die Meta grundsätzlich spielt beim Design von Programmen, also nicht nur der Hardware, sondern auch eben halt den Sicherheitseinstellungen innerhalb der Quest, die von, also für Software, die von Kindern benutzt werden kann. Gerade in Großbritannien machen da gerade verschiedene Kinderschutzorganisationen ein bisschen Front gegen Meta, weil sie sagen, okay, ihr sagt zwar 13 Jahre ist Schluss, aber nachweisbar ist, dass es ohne Ende Verstöße in verschiedenen Social-Programmen, wie zum Beispiel VR-Chat gibt, die auch gegen die Nutzungsbedingungen von Meta direkt verstoßen, die viel mit Belästigung zu tun haben. Und natürlich, und das wissen wir auch, wenn wir mal ab und zu in irgendeinem Social-Space unterwegs sind, sind halt viele Kinder dort unterwegs. Also das ist häufig an den Stimmen schon zu erkennen. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt und die sich mir vor allem stellt, ist, was tut man dagegen als Unternehmen auf der einen Seite? Denn auf der anderen Seite, und darüber haben wir, glaube ich, auch vorhin schon mehrfach gesprochen, dass Eltern verantwortlich dafür sind, was Kinder konsumieren und wie, sollte eigentlich völlig klar sein. Wir wissen aber auch aus der Realität, die Kids spielen Fortnite mit acht, die spielen GTA online schon seit jüngster, seit den jüngsten Jahren, wo man sich, wo ich mir persönlich sage, absolut nicht geeignet. Aber eben halt auch, weil ich mich damit beschäftige. Wie sieht das jetzt in VR aus? Gerade wenn wir, du hast es auch schön gesagt, Thomas, vorhin, davon ausgehen, dass eben halt auch Kinder, das Kinderbewusstsein solche Dinge ja ganz anders wahrnimmt. Ob du jetzt in Social Media ein unangebrachtes Posting siehst, was definitiv natürlich auch schlimm ist, aber oder auch jemand in einer Social-VR-Welt auf dich zukommt und unangebrachte Dinge in deinem Privatsphäre, in deiner, wie nennt sich das, diese Personal Space, in deinem Personal Space vorführt. Genau. Was glaubt ihr, wie kann man das, also erst mal auf der Hardware-Ebene, beziehungsweise auf der Software-Ebene, wie kann man das überhaupt lösen als Unternehmen? Kann man da sagen, so, ich baue da irgendeine Sperre ein oder irgendwas? Also, du hast es schön gesagt, ich sage immer gerne, während ich bei Instagram noch versuchen muss, das Kind irgendwie zu mir zu locken, ja, ich sage, hey, ich möchte dich treffen oder bei Snapchat, ich möchte dich treffen, komm, wir treffen uns da, kann ich das Kind in VR direkt belästigen. Das ist natürlich praktisch, so, ne, das ist eine schöne Abkürzung, wobei natürlich die Qualität der Belästigung in echt nochmal eine andere ist wie in VR, deswegen könnte man nicht sagen, es ist eigentlich sicherer, aber es ist natürlich einfach Quatsch, also Belästigung ist Belästigung und beides ist scheiße an sich und deswegen ist das eine gute Sache, dass wir jetzt darüber sprechen. Was war nochmal deine Frage? Die Frage war, ob es erstmal grundsätzlich von der Unternehmensseite Möglichkeiten gibt, mehr als diese typische, übliche Checkbox, ne, ich bin, ich bestätige, ich bin über 13 Jahre alt, ich kann jetzt VR-Check betreten. Also, ich glaube, technisch gesehen ist das eigentlich kein Problem, wenn man das noch stärker, sage ich mal, an die, an den Erwachsenen koppeln würde. Die Erfahrungen der letzten 20 bis 50 Jahre Spielekonsolen zeigen aber, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, sondern wir haben alle Sachen gemacht im Internet und uns Sachen angeguckt. Ich erinnere mal gerne an die Anfangszeiten des Internets, wo wir als Minderjährige uns Webseiten von abgetrennten Körperteilen angeguckt haben, haben wir alle gemacht, glaube ich, die wir damals im Internet waren, außer du lebtest, warst nie im Internet oder warst nur auf chatworld.de. Aber da gab es Internetseiten, da konnte man das und das wusste auch jeder, dass es die gibt. Und heute gibt es eben andere Seiten, die man sich angucken kann und zwar ohne, dass da irgendein Erwachsenenschutz drin ist. Ich glaube, da muss sich ganz grundsätzlich etwas ändern, wenn wir wollen, dass sich da etwas ändert. Und das ist eben die große Frage. Also ich habe mir aufgeschrieben für den heutigen Talk auch die Frage, ist das jetzt die Möglichkeit, sozusagen mal so richtig krass die Kontrolle einzuführen, also so richtig den Kontrollhammer runterfahren zu lassen und zu sagen, es reicht jetzt? Oder sagen wir, ja gut, wir wissen jetzt halt einfach, dass das immer so sein wird, dass Kinder belästigt werden in solchen Media und in solchen Technologien und wir müssen halt einfach nur lernen, damit zu leben. Ich glaube, dass wir es nicht verhindern können, dass auch ein heranwachsendes Metaverse am Ende nur eine Kopie von dessen wird, was wir jetzt 20 Jahre lang im Internet gesehen haben. Das heißt also, ein Großteil dessen wird eben nicht Inhalte für Kinder bereitstellen, sondern ein Großteil dessen wird Inhalte bereitstellen, die für Erwachsene und selbst da anzuzweifeln ist, ob sie für Erwachsene gedacht sind oder ob sie überhaupt jemals für eine Veröffentlichung bereitgestellt werden sollten. Das lässt sich nicht verhindern, wenn wir das Metaverse so denken, wie wir es denken sollten, nämlich als offene Plattform und nicht als eine reglementierte von einem Konzern geführte Welt. Ja, weil ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was passiert, wenn Meta jetzt anfängt und sagt, es gibt einen KI-getrackten Sprachalgorithmus, der checkt, ob du Schimpfwörter benutzt. Und wenn du Schimpfwörter benutzt, gibt es einen Counter und bei einem Counteranzahl X kriegst du eine Verwarnung und bei einer Counteranzahl Y fliegst du raus aus dem Chatraum. Das wird dazu führen, dass die Leute sich A, erstmal Wörter ausdenken, die der Algorithmus nicht versteht. Ja, dann bist du nicht das Arschloch, sondern dann bist du das, weiß ich nicht, Barschloch. Ach gut, das ist wahrscheinlich noch zu einfach, aber ihr wisst, was ich meine. Das Glasshole. Genau, der ist immer schlau genug, dann Mittel und Wege zu finden, andere Leute auf andere Art und Weise, so wie sie es wollen, zu denunzieren. Wer hätte damals gedacht, dass es so etwas wie Teabacking gibt? Ja, die Leute bauen das Ducken in einen Shooter ein und die Leute benutzen das Ducken, um sich über ihren Gegner zu stellen und sich hin und rauf und runter zu ducken, wodurch der Begriff Teabacking entstanden ist. Also ein Beispiel, was einfach zeigt, wozu die Leute fähig sind, weil sie einfach kreativ sind. Das ist auch okay so. Und jetzt könnte man noch weiter über technische Mittel nachdenken, die es auch geben muss. Also nur, weil man jetzt sagt, wir schaffen das gar nicht, das Ding zu reglementieren, sollte man es ja nicht sein lassen. Genauso wie der Kampf gegen ganz brutal strafrechtlich zu verfolgende Inhalte im aktuellen Internet niemals aufhören darf. Also nach dem Motto, wir resignieren jetzt, das bringt nichts, weil eine Seite wird gelöscht und acht neue Seiten kommen mit demselben Inhalt wieder hervor. Ja, oder dieses Wort, was einmal im Internet ist, ist einmal im Internet. Sich dem zu ergeben, ist das Schlimmste, was wir tun können. Und deswegen, Thomas, deine Frage so, ist es jetzt, haben wir jetzt bei Metaverse so die Möglichkeit zu sagen, ey, wir haben 20 Jahre Internet-Erfahrung, wir wissen, wohin der Scheiß führen kann. Lasst uns beim Metaverse versuchen, es jetzt direkt besser zu machen. Der sollte definitiv ein Anspruch beim Bau dieses Metaverse sein. Aber ich glaube auch, dass es leider dazu führen wird, dass sich trotzdem Randgruppen bilden werden oder ein Deepverse, you heard it here first, dass sich ein Deepverse bilden wird, bei dem dann die Leute wieder genau das machen, was sie wollen. Also ich finde, es gibt natürlich Möglichkeiten, den grundsätzlichen Komfort für Eltern vor allem zu erhöhen, um dafür zu sorgen, dass beispielsweise mein Achtjähriger sich nicht in VR-Chat herumtreibt, denn VR-Chat ist keine Umgebung für einen Achtjährigen. Ganz simpel, dafür muss man sich aber auf der einen Seite natürlich schon mal als Eltern damit beschäftigen und gucken und dafür interessieren, was macht mein Kind da überhaupt und das nicht als Nanny verwenden. Auf der anderen Seite, unternehmensweise oder auf der Seite der Unternehmen kann ich mir vorstellen, dass es da zum Beispiel die Möglichkeit gibt, in der Quest Sachen zu blockieren, die nur mit einer Pin freigeschaltet werden können. Ja, ein ganz, ganz simples Ding. Das gibt es aktuell noch nicht. Das ist aber auch schon für mich so ein bisschen die Grenze dessen, weil wenn ich mir anschaue, also ich habe gestern gerade die Quest 1 nochmal neu ein Factory-Set gemacht und neu aufgesetzt und dann kriegst du halt, und das kannst du auch nicht überspringen, vorher nochmal ganz genau alle Safety-Hinweise angezeigt. Unter anderem auch, dieses Headset darf nicht unter 13 Jahren benutzt werden. Das heißt, also es wird dir sowieso schon ins Gesicht gedrückt, was ja gar nicht, was auf Flat-Unterhaltung teilweise überhaupt gar nicht mal mehr passiert. Da hast du irgendwo, da suchst du teilweise auch als Journalist, als Gaming-Journalist zum Beispiel, weiß ich ganz genau, such mal nach einer USK-Freigabe von irgendeinem Spiel. Da musst du schon mal richtig graben. Aber Ben, ist die Wahrheit nicht, dass du diesen Text nicht durchliest, sondern eigentlich gerade deine Zeit damit aufwendest, den Button zu suchen, um ihn zu überspringen. Ja, aber wie soll denn bitte Meta hingehen und sagen so, ich mache jetzt alles das gut, was irgendwann mal in der Prägung der Eltern, in der Erziehung der Eltern und in ihrer Verantwortung und Fürsorgepflicht schiefgelaufen ist. Wie sollen sie das denn leisten? Das kann ein Unternehmen nicht gut machen. Das ist auch, also das kann auch eine Schule nicht machen. Ja, so ganz viele, man kriegt es auch immer wieder mit, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Und ich treffe gerade auf Meinungen, wo Leute wirklich glauben, okay, die Schule ist jetzt auch in der Pflicht, meinem Kind Recht und Anstand beizubringen. Und das Verhalten, das gestörte Verhalten, was da eventuell gerade aufgebracht wird, also Leute aufs Übelste zu beleidigen mit Wörtern, die ich mit 14 noch nicht kannte, das ist jetzt irgendwie Aufgabe der Schule, das dem Kind zu erklären, dass das nicht klar geht. Das ist falsch. Und trotzdem, um deine Frage aber irgendwie zumindest zu beantworten, trotzdem kann ich mir aber vorstellen, und wir hatten diese Diskussion, wir hatten diese Diskussion kurzzeitig unter einem unserer Kommentarspalten, eines der letzten Mixcasts auf YouTube, dass ich gesagt habe, ich kann mir schon vorstellen, dass Unternehmen wie Meta in der Pflicht sind, so etwas wie einen Metaverse-Führerschein einzuführen. Ja, also, dass man, dass man einen vielleicht einen Kurs… Nicht den Führerschein, nein. Nein, nicht den Führerschein. Internetführerschein. Auch nicht den Internetführerschein, das meine ich nicht. Aber du hast gerade gesagt, Ben, Verhaltensregeln werden einem angezeigt. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade diese intensive Möglichkeit, Training in VR zu absolvieren, dazu führen könnten, dass man eine Nettikette, eine Nettikette, wie heißt das Wort richtig? Nettikette wegen Metaverse. Oh, jetzt müssen wir alles aufschreiben, direkt gucken, ob die Domains belegt sind und durchregistrieren, dass es sowas eben in Form einer interaktiven Einheit gibt, Ben. Weißt du? Ich würde da nochmal einen anderen Punkt ranbringen. Bitte. Eigentlich haben wir alle Tools schon da, um es den Eltern so leicht wie möglich zu machen. Denn ich bin auch der Überzeugung, die Eltern haben die Hauptverantwortung und sie sollten die Verantwortung nicht abgeben an Tech-Konzerne, an den Staat, an irgendjemand anderen, sondern das ist die Aufgabe der Eltern. Und ich habe letztes Jahr, oder ist schon zwei Jahre her, ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, habe ich für meine Tochter einen Windows-Account eingerichtet, weil ich ihr meinen alten Laptop gegeben habe. Bei uns ist das so, das Gerät wird alt, also bekommst du das Kind. Und so wird es auch mit der Quest 2 sein. Sobald ich sozusagen die Quest 3 in der Hand habe oder irgendwas anderes, dann wird das weitergereicht. Und also habe ich hier einen Windows-Account eingerichtet. Und ich war überrascht, wie cool das mittlerweile ist. Also was man da alles einstellen kann, Nutzungsdauer, ab wie viel Uhr, bis wann. Ich sehe alles, was sie tut. Und was auch nicht immer optimal ist, Thema Datenschutz, auch Kinder haben ein Recht auf Datenschutz. Aber erstmal grundsätzlich die Möglichkeit habe, ich habe ihr nicht Chrome installiert, sondern Edge. Mit Edge kann ich tatsächlich sagen, welche Internetseiten sie besuchen darf und welche nicht. Und zwar sehr detailliert. Finde ich großartig. Funktioniert hervorragend und gibt mir das Gefühl, tatsächlich ausreichend für die Sicherheit meines Kindes zu tun. Und so etwas will ich auch für alle anderen Geräte haben. Für Android gibt es das auch. Kann man tatsächlich auch einrichten. Ist natürlich jetzt ein ziemlich seniores Betriebssystem einfach auch. Sowohl Android als auch Windows. Und ich verstehe es, wenn es in der aktuellen Version von Quest, wie heißt die Software eigentlich auf dem Ding, ist auch Android eigentlich. Ist auch Android. Also das heißt, sie könnten eigentlich das benutzen, was da schon auch drauf ist, in der Hoffnung, dass sie das auch in Zukunft noch Android verwenden werden. Aber eigentlich erwarte ich mir von einem guten Softwareanbieter oder Technologieanbieter, dass er mir als Eltern Tools gibt, um meiner Verantwortung gerecht zu werden. Oder ich kann halt meinem Kind gar keinen Quest geben. Dann muss ich mich dann klar dagegen entscheiden. Oder halt immer Kontrolle machen. Wir müssen hier allerdings eins mal ganz klar sehen. Aktuell ist es auch aus Metasicht so, die Quest wird nur an Erwachsene verkauft. Das ist natürlich eine Ausrede von denen. Ja, nein. Sie wird überhaupt nicht. Sie machen das auch. Zum Zeitschinden. Ich glaube, es ist zum Zeitschinden. Das sehe ich ganz anders. Also schaut euch doch mal alles andere an, womit wir uns heutzutage rum. Also Steam zum Beispiel, wenn ich da auf eine Steam-Seite gehen möchte, was ein Spieler ab 18 hat oder so, dann gebe ich mein Geburtsdatum ein und dann ist fertig. Es ist komplett egal, wer davor sitzt. Und ich glaube, auch das ist eben einfach das Grundproblem. Das heißt, du kannst als Unternehmen ja überhaupt gar nicht verhindern, dass dein Gerät in die Hände kommt. Also wenn es auch gar nicht dafür vorgesehen ist, wieso muss ich mir jetzt plötzlich hingehen und muss umfangreiche Einstellungen machen dafür, dass Eltern ihrer Aufsichtspflicht nicht gerecht werden. Kann man natürlich, lass mich mal ganz kurz den Gedanken zu Ende führen, kann man natürlich machen und ich bin auch definitiv dafür, dass es getan wird, weil auch Meta klar sein muss. Und da bin ich ganz bei dir, Thomas. Ihnen muss klar sein, es wird weitergegeben. Allerdings zu dem Zeitpunkt, wo sie das zugeben und sagen, so wir machen das, wir haben diese Sachen, wir haben diese Einstellungen für Kinder, bekommen ja die Kritiker und gerade auch diese Kampagnen, ob das nun der UK Watchdog ist oder der in den USA oder auch in Deutschland, dann bekommen sie ja erst wirklich Futter und können sagen, so Moment mal, ihr sagt zwar, das ist nicht dafür. Wofür gibt es denn aber bitte die Einstellung? Und dann hast du nämlich das Problem, auf dem Wege argumentieren zu müssen. Und eine Sache möchte ich noch dazu sagen und da möchte ich gerne dir widersprechen, Christian, das ist mir ganz wichtig, weil du gerade vorhin sagtest, du hältst es für Unsinn, dass die Schule das leisten muss. Seit vielen, vielen Jahren fehlt mir das Fach Medienkompetenz an Schulen und ich meine damit nicht aufzuklären, was ist moralisch richtig etc. pp. Das ist natürlich auch ein Teil, also ethischer Unterricht gehört dazu, auch wenn natürlich Eltern immer in der Grundverantwortung stehen, Kindern genau das beizubringen. Aber Medienkompetenz heißt eben nämlich auch in der Schule schon zu lernen, wie kann ich Quellen auswerten, welche Quellen kann ich vertrauen, wie kann ich generell, wie funktionieren, wie funktionieren Nachrichten, wie funktioniert Technik, wie funktionieren, was ist Virtual Reality, das kommt jetzt raus, warum wird das in der Schule nirgendwo thematisiert, was kann ich damit tun. Und gegebenenfalls auch zu schauen, wie führe ich Kinder heran, es gibt diverse. Was mache ich, wenn was passiert. Was mache ich, wie kann ich verhindern, wie kann ich diese Bubble aktivieren um mich, wenn ich denn mal in sowas drin bin. Denn Lehrer wissen eins ganz genau, viele Eltern interessieren sich einfach nicht dafür, was läuft auf dem Smartphone des Kindes oder auf ähnlichen Geschichten. Und genau da ist dann der Ansatz, wenigstens ein Grundmaß an Medienkompetenz lehren zu können und das wird seit Jahren einfach nicht gemacht. Das hat natürlich ganz viel auch mit dem Bildungssystem zu tun und mit der Zeit, die dort investiert werden kann und den Fachkräften und so weiter und so fort. Das würde viel zu weit führen. Aber ich glaube, es ist nicht alleine einfach damit getan zu sagen, Meta oder wer auch immer solche Sachen macht, muss alleine dafür sorgen und kann alleine dafür verantwortlich gemacht werden, sondern es müssen die Eltern und natürlich auch die Erziehungsinstitutionen einfach einen viel besseren Job in der Richtung erledigen. Thomas, es tut mir total leid, dass ich dich jetzt da abhabe, weil ich sehe, dass du auch brennst und Ben hat ja gerade einen riesen Monolog geführt, aber nur um das kurz klarzustellen, Ben, ich gebe dir prinzipiell bei allem, was du gerade gesagt hast, recht. Ich habe zu allem mit Sicherheit einen Bezug, den ich führen kann, aber um das doch nochmal ganz kurz, nee, die Zeit ist in Ordnung, außer ihr müsst jetzt raus, aber um das in einen kurzen Kreis zu ziehen, du hast gerade gesagt, die Schulen haben diese Kompetenz, das zu machen, weil die Eltern das nicht wissen. Okay, dass Thomas gerade erzählt, dass man ein Android-Phone oder ein Windows-Browser oder ein Windows-Account auch so reglementieren kann, dass er kindgerecht funktioniert, obliegt auch in den Händen der Tech-Konzerne, das den Eltern beizubringen. Also viele Leute kaufen ja auch einfach ein Smartphone und geben es in die Hände der Kinder oder kaufen ein technisches Gerät oder sonst irgendwas, weil sie vielleicht selber auch gar nicht wissen, dass das möglich ist. Meine Frau zum Beispiel wusste überhaupt nicht, dass man bei einer Switch das auch machen kann, dass man bei einer Switch einen Kinder-Account erstellen kann, kann dem Spielzeiten geben, man kann ihm sogar sagen, welche USK-Freigaben eventuell in einem Online-Shop oder sowas angezeigt werden. Und den Teil, den du gerade gesagt hast, Meta würde sich damit einräumen, dass es ja auch für jüngere Kinder zu gebrauchen ist, halte ich auch für Quatsch. Weil wenn du nämlich solche Richtlinien schaffst oder Möglichkeiten dazu schaffst und sagst aber trotzdem, das Headset ist ab 13, das widerspricht sich überhaupt nicht. Das ist ja so, als wenn du gerade sagen würdest, du verstehst gar nicht, warum manche Spiele in der Oculus-Bibliothek ab 6 freigegeben werden oder ab 0. Warum macht man sich überhaupt die Meinung, warum macht man sich überhaupt die Mühe, eine USK-Freigabe unter 13 auszurufen, wenn ja eh keiner unter 13 ist. Da geht es um die Software, den Software-Inhalt und nicht um die Hardware. I know, I know. Um das bitte nochmal in den Rahmen zu bringen, lasst uns mal gerade so tun, als gäbe es diese ganzen Sicherheitsrichtlinien, die wir die letzten 20 Jahre auch im Internet gesehen haben, sie gibt es alle und sie wird es in aller oder in verbesserter Form auch auf VR-Brillen geben. Aber lasst uns bitte mal gerade gedanklich zu dem Punkt springen, wenn das Kind trotzdem in VR-Chat unterwegs ist und da dann eben das Leben lebt. Um es sinngemäß mal zu sagen, weil den Vergleich würde ich an manchen Stellen gerne ziehen, das Kind ist jetzt auf dem Spielplatz und das passiert auch in echt. Also um es kurz zu machen, meine Kinder sind auf einer Montessori-Schule. Montessori ist in der Nutshell, du bist 1 bis 4, wird in eine Klasse geschmissen. So, natürlich merkst du das im Sprachgebrauch der Kinder, wenn die in der 1. Klasse schon mit Kindern aus der 4. Klasse in einem Raum stehen, in einem Raum sind, 5 Tage die Woche. Ja, da gibt es ein ganz anderes sprachliches Repertoire plötzlich. Genauso wie auf dem Spielplatz, wenn dann da Schimpfwörter über den Spielplatz gerufen werden, wo dein Kind sich fragt, hä, was ist denn das jetzt? Und die Frage ist, was machen, also was kann ich tun, damit es dem Kind, dass das Kind nicht verletzt wird, auf irgendeine Art und Weise. Also dass das Kind nachher nicht versehrt vom Spielplatz zurückkommt, sondern bereichert, unterhalten, erfüllt. Oder vielleicht im Idealfall auch für sich sogar schon einschätzen kann, gut, das war jetzt nicht ganz so cool, was da gerade gesagt wurde. Oder vielleicht auch, was da gemacht wurde. Und diesen Selbstschutztrieb, Thomas, den du ganz am Anfang dieses Karts auch angesprochen hast, eben auch darüber hinaus aufrecht erhält, wenn er vielleicht auf biologischer Ebene abgelaufen ist, wenn es sowas gibt überhaupt. Und es ist natürlich so, das ist auch nur der erste Effekt, ich glaube, das Ding gibt es bis 14 oder so, oder bis die Pubertät anfängt, dann geht alles durcheinander, sage ich mal, und dann vergisst man gerne sich und andere. Ist das der Bereich, wo dann Mutproben auf den Plan kommen? Das kann sein, ich weiß es nicht genau. Okay, das ist klar. In dem Fall, dass man versucht, zu dem Kind eine offene und warme und ehrliche Beziehung aufzubauen. Und das ist natürlich, naja, das ist halt das Härteste eigentlich überhaupt. Aber das ist natürlich auch das Grundsätzlichste überhaupt. Also wenn wir irgendeine Aufgabe haben, dann zu dem Kind eine vertrauensvolle Beziehung zu haben. Und ich würde nicht sagen, dass mir das zu 100 Prozent gelingt. Zu einem gewissen Maße glaube ich schon. Was ich total gerne mache, ist, also ich habe sozusagen ein Ritual eingeführt, wo wir, wenn ich das Kind abhole, dann wird auf dem Weg reflektiert. Und dann wird ganz, ganz klar immer über bestimmte Sachen gesprochen. Was hast du erlebt? Wie war das für dich? Warum war das so? Und ich mache das auf so eine respektvolle Art und Weise, vermute ich, dass sie das selbst sogar danach fragt. Also sie bietet das an oder fordert das auch ein, sozusagen diese Papa reflektier mal mit mir Gespräch. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass das vielleicht auch durch Zufall, ich weiß es nicht, so entstanden ist, weil ich es auch immer wissen wollte. Wenn man es nur einmal am Tag, einmal in der Woche sieht, das Kind, dann will man immer halt natürlich alle Sachen wissen. Aber das kann ich auch Menschen empfehlen, die Kinder haben, die ihr Kind jeden Tag sehen, sozusagen sich einen Rhythmus dafür anzulegen oder einen Zeit und Ort, wo man bewusst darüber reflektiert, was passiert ist. Und natürlich geht es vor allem darum, Spaß zu haben. Also in der Reflexion sagen, was hat dir alles Spaß gemacht? Weil dann genießt das Kind das, kann das teilen, das bekommt Aufmerksamkeit und Nähe und man teilt die Freude und das ist das Allerschönste. Um dann im Notfall nämlich sagen zu können, Papa, ich traue mich nicht darüber zu sprechen, hier ist das passiert. Und das ist dann aber auch schon alles, was du tun kannst. Also dann sozusagen das herauszufinden und diese Möglichkeit darzubieten. Und das ist der schwierigste Part, weil ich meine, du hast es gerade gesagt, wir alle haben uns Internetseiten in unserer Jugend angeguckt, die definitiv nicht für unsere Augen gedacht waren. Wir alle haben Inhalte konsumiert, die definitiv nicht für uns gedacht waren. Ich habe auch, also meine Güte, ist es auch fest davon auszugehen, natürlich wird jeder Mensch, zumindest, ich habe gut verallgemeinert, das ist blöd, aber ich habe auch in meiner Jugend, sagen wir mal, Internetverhalten an den Tag gelegt, was vielleicht nicht so nett anderen Leuten gegenüber war. Und ich habe mich dann für danach auch schlecht gefühlt und habe Leute in irgendwelchen Spielen beschimpft oder so, wenn sie gewonnen haben oder so. Also all solche Sachen durchlebt man ja. Aber, und das ist ja der Punkt, trotzdem hatte ich aber den gefestigten Teil in meinem Leben, dass ich wusste, ich komme auch immer wieder zurück. Und das ist ja diese Gefahr, die man auch in den ganzen Jahren schon im Rahmen von Killerspielen führt. Ja, jetzt ist es doch gefallen im Cast. Also Killerspiele oder diese Ego-Shooter machen ja per se Leute nicht zu schlechten Menschen, aber Leute, die halt generell ein gefährliches soziales Umfeld haben, die können sich mit Sicherheit in solchen Dingen eher wiederfinden und arbeiten dann, verarbeiten solche Sachen dann einfach auf eine andere Art und Weise, vielleicht sogar bekräftigend. Ja, so, also das ist so, das ist so der schwierige Knackpunkt, den man auch in VR oder generell in allen Medienbereichen natürlich seinen Kindern irgendwie mitgeben muss. Und das ist schwierig, es tut mir auch schwierig, es tut mir auch weh, das zu sagen, ich kann vermutlich nicht verhindern, dass meine Tochter oder mein Sohn, bleiben wir mal bei dem Thema, sexuell belästigt wird. Ich kann es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht verhindern im Internet, im Laufe ihres Lebens. Aber ich kann sie darauf vorbereiten, nicht indem ich sie ins Bootcamp schicke, wo sie in leichten Dosen sexuell belästigt werden, sondern ich kann sie darauf vorbereiten, dass es sowas gibt, dass es Leute gibt, die an dieser Stelle keine Grenze ziehen. Und ich kann sie darauf vorbereiten, was zu tun ist, wenn sowas passiert. Und ich kann ihr auch erklären, warum das nicht okay ist, ja, sodass, wenn sie es dann irgendwann mal am eigenen Körper oder am eigenen, hoffentlich nicht Körper, sondern am eigenen, an der Psyche eben spüren, wenn in so einem Metaverse oder im Internet sowas dann passiert, dass sie sich selber sagen können, oh, das fand ich jetzt gerade richtig scheiße. Und das ist genau das, wovor ich immer gewarnt wurde. Und ich spüre auch gerade, wie kacke das ist. Aber ich kriege es verarbeitet. Entweder indem ich mit jemandem darüber spreche oder vielleicht mache ich es auch mit mir selber aus. Das ist natürlich ein Riesenfass, was gerade auch für ein Unternehmen da aufzumachen ist. Du hast gerade das Spielplatzbeispiel angeführt. Beim Spielplatz hast du immer noch den Vorteil, dass dort in der Regel eine ganze Menge anderer Eltern sind, wo man auch so ein bisschen, normalerweise immer so ein bisschen ein Auge auf alle Kinder hat, die dort ist. Ja, der Anonymitätsfaktor ist nicht ganz so hoch. Der Anonymitätsfaktor ist in VR natürlich krass. Und da natürlich auch sehr, sehr viel schwieriger einzuschätzen, auch für Teilnehmende, was dort gerade irgendwo in irgendeiner Ecke oder in irgendeinem Chatroom oder in irgendeinem VR-Room abgeht. Und es gibt immer jemanden auf dem Spielplatz, es gibt auch noch jemanden auf dem Spielplatz, der noch mehr Angst hat als du. Das ist wohl wahr manchmal, ja. Aber in jedem Fall ist es so, also ich möchte auch überhaupt nicht unternehmen und gerade auch Meta, wenn sie gerade ihre Metaverse-Geschichte da groß machen wollen. Das ist natürlich ein großes Thema, das müssen sie auch adressieren. Nur sehe ich genau das, was du gesagt hast, Christian, die letzten Jahre, unsere Jugend, wenn man mit Kumpels redet etc., wenn da irgendjemand, wenn da irgendein Kind an irgendetwas rankommen wollte, ob das nun dann über einen großen Bruder, über einen Kumpel war oder so, die sind dann auch an entsprechende Software gekommen, an Spiele gekommen, an Seiten natürlich, die dann offen zugänglich waren. Das ist nicht das Problem. Das wird auch in VR, wird es sich so nicht verhindern lassen. Und es läuft am Ende aus meiner Sicht immer exakt wieder auf die Erziehungsfrage hinaus. Wie sehr achte ich als Eltern darauf, mein Kind zu fördern und ihm solche Sachen nahe zu bringen, aber ihm eben halt auch Exit-Strategien zu zeigen. Was ist, wenn was passiert? Was kannst du machen? Wie kannst du deine Bubble einstellen, dass dir überhaupt gar nicht erst jemand so nahe kommen kann, dass es verstörend wird? Wie kannst du jemanden melden? Ja, also das beispielsweise. Und da wäre dann wiederum der Schnittpunkt zum Unternehmen oder zur Plattform, die sich halt auch um solche Sachen ernsthaft kümmern müsste und es nicht einfach in irgendeinem Support-Algorithmus erstickt, sondern auch wirklich dafür sorgt, dass es aus den Möglichkeiten entsprechend besser wird. Gut, Ben, also es ist zusammengefasst an der Stelle. Es ist absolut klar, es muss weiterhin Teil der Unternehmen bleiben, der Hersteller bleiben, da Sicherheitsmechanismen auch zu liefern. Wir haben es im Cast kurz gesagt, fatal wäre es nicht zu tun. In welcher Form sie dann genutzt werden, muss sich zeigen. Ein wichtiger Punkt ist mit Sicherheit, der Zugang muss so einfach wie möglich sein und die das aufmerksam machen darauf, dass es diese Dinger gibt, ist umso wichtiger. Also Aufklärung auch hier wieder seitens der Hersteller ist unheimlich entscheidend dafür, dass zukünftig A, von technischer Seite die Kinder geschützt werden, aber wir haben es gerade auch jetzt oft genug gesagt, es obliegt einfach, das ist die ekligste Antwort, die man geben kann in so einem Moment, es obliegt aber eben auch einfach nach wie vor dann den erziehungsberichtigten Personen und dem Umkreis. Was uns natürlich die ganze Entscheidung ein bisschen leichter machen würde, wäre, wenn wir wüssten, dass das VR viel gefährlicher ist als das Internet zum Beispiel. Eine gute Frage, inwiefern ist VR vielleicht gefährlicher durch diese körperliche Komponente als das Internet? Was denkt ihr dazu? Ben, mach du ruhig schon Anfang und schneide ich an der Stelle. Ja, ich halte, also wie immer ist das ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, die Seiten sind relativ ausgewogen, weil das Internet kann auch unfassbar gefährlich sein für Heranwachsende. Trotzdem nutzen wir es täglich. Ich glaube auch, Virtual Reality bietet noch sehr, sehr, sehr großes Potenzial, natürlich auch, was Bildung angeht etc., was gerade Kindern zugutekommen kann, die anders anfangen zu lernen, die visueller lernen können, was dann eindrücklicher ist, was viel, viel besser haften bleibt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch, eben die falschen Inhalte sehr dafür sorgen, dass dort verstörende Dinge auftreten, ob das nun Spiele sind, ob das nun Filme sind oder ob das nun Social VR ist. Und für mich ist es im Vergleich nicht wirklich gefährlicher, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, ich würde mein Kind vor irgendeinen fiesen Horrorfilm setzen oder ähnliches. Ich glaube, der Impact wäre ähnlich groß, vielleicht in VR einfach noch ein bisschen eindrücklicher, aber wer will da am Ende dann noch von irgendwelchen Graduierungen sprechen? Ich glaube, es kommt da wirklich ganz stark darauf an, welche Inhalte zu welchem Alter, zu welchem Zweck und unter welcher Aufsicht. Und dann erübrigt sich, glaube ich, die Frage nach der Gefährlichkeit, sondern das ist dann eine Sache zwischen dem Erziehungsberechtigten und dem Kind. Also ich habe die Zeit gerade dankenderweise nutzen können, um darüber nachzudenken über diese Frage, weil das ist natürlich schon ein Brocken. Also ist VR gefährlicher als das Internet? Das ist eine eigene Podcast-Folge nochmal. Das ist eine gute Frage, sage ich dir wirklich. Macht da was draus. Das ist eine gute Frage. Und genauso schwammig wie Ben muss ich sie fast auch beantworten. Ich würde aber, um das direkt vorweg zu sagen, ich würde schon sagen, VR ist extremer als das Internet. Wenn ich darüber nachdenke, grusel ich mich jetzt bei einem Film oder bei einer VR-Experience mehr, dann würde ich in dem Moment sagen, da macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Gruselfilm im Internet gucke, ob ich eine Gruselgeschichte lese. Wenn ich selber eine Affinität dafür habe, mich zu gruseln, dann gruselt mich das in dem Moment mehr. Bei einem VR-Spiel erschreckt man sich vielleicht etwas intensiver, wenn plötzlich das Monster vor einem hängt und einen da irgendwie an die Kehle möchte. Aber ich träume danach nicht schlechter. Oder wenn ich die Brille ausgemacht habe, dann geht es mir nicht schlechter, als wenn ich einen krassen Gruselfilm geguckt habe. Aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, wo ich schon sage, ui, da würde ich in dem Moment sagen, ist VR definitiv im Vorteil, mich stärker nachhaltig zu schädigen als das Internet, als ein flacher Bildschirm und eine deutlich abstraktere Welt. Und das ist überwiegend natürlich gerade der Teil, wo es in Richtung Belästigung geht. Also wo mir andere Menschen, wenn andere Menschen mir schaden wollen, dann schaffen sie das, finde ich, durch VR auf einer zusätzlichen und dadurch natürlich auch extremeren Ebene als im Internet. Jemand, der mal in VR, in VR-Chat unterwegs war und gesehen hat, was die Leute sich da für sexualisierende Avatare bauen, bis hin zu absolut überdimensionierten Geschlechtsorganen, die einem dann auch ins Gesicht gehalten werden oder so, dann muss ich schon sagen, das ist definitiv in dem Moment ein anderes Level, als wenn ich auf Knuddels Angst darum haben muss, ob meine Tochter oder meine Kinder jetzt da von Leuten angeschrieben werden und sich erst mal darüber im Klaren werden müssen, ist diese Person, also schickt sie jetzt einen Dick-Pick oder sowas zu. Das ist, finde ich, ein anderer Prozess, als wenn ich mich in einer 3D-Welt bewege und plötzlich das wirklich ins Gesicht gehalten bekommen würde. Von daher würde ich schon sagen, auch hier merkt man natürlich eine Steigerung. Ist ja irgendwie auch nur logisch, weil sonst würde man ja nicht so viel Potenzial in einem Metaverse sehen, was das Internet als etwas ablöst, was an Zweidimensionalität jetzt plötzlich an Dreidimensionalität gewinnt. Damit kannst du mir im Prinzip den Staffelstab in die Hand drücken. Ich bin sozusagen dann der Extremste von euch dreien, obwohl Bens Kinder sozusagen ein Medienzeitkonto von einer Stunde haben oder so. Was? Meine sind das, was ich wollte gerade sagen. Macht nichts. Ach so, okay. 24 Stunden haben die am Tag. Ach so, okay, alles klar. Aber ich sehe das tatsächlich am Extremsten dann von allen. Ich glaube tatsächlich, dass durch ein VR-Horror-Game du ernsthaft eine Psychose auslösen kannst. Also das ist so eindrücklich. Das kann wirklich gefährlich sein. Und natürlich ein anderes Erlebnis, das ich neulich hatte, ist mir hat eine Frau ins Ohr geflüstert auf eine Art und Weise, wo ich dachte, okay, das ist jetzt echt real. Das ist nicht mehr, mir schreibt jemand in einem Chat oder in Teamspeak, schreibt mich jemand an, sondern das ist eine Körperlichkeit und eine Realität, eine Wirksamkeit, die ganz hart an echt rankommt. Und von dem her glaube ich schon, das muss man natürlich wissenschaftlich eigentlich mal herausfinden, ich finde, Facebook sollte einfach mal 50 Millionen in so Forschung stecken, wenn sie es wirklich ernst meinen, was sie übrigens getan haben. Da müssen wir nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge. Aber ich glaube tatsächlich, die Körperlichkeit fordert wesentlich strengere Regeln. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die auch durchzusetzen. Interessanterweise, wenn ihr mir das gestattet, droppe ich jetzt hier einen kleinen Werbeblock, habe ich morgen Abend ein Gespräch mit Herrn Nemitz. Er ist im EU-Parlament für die Regulierung von Google und Co. verantwortlich. Mit dem werde ich ein sehr interessantes Gespräch darüber führen, was denn aktuell tatsächlich geplant ist mit dem Metaverse zu meinen eigenen Podcastern. Aber das wird total spannend sein zu sehen, was da passiert. Und ich glaube, die haben das auch erkannt, die Regulatoren. Also die FTC und hier Europäische Kommission, die werden richtig hart rangehen. Und die knöpfen sich jetzt die Firmen auch vor. Muss man schauen, was tatsächlich bei rauskommt. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, denn VR ist eindrücklicher, realistischer. Und das ist toll, aber das macht es auch gefährlich hier. Und deswegen brauchen wir neue Regeln. Ich finde es spannend. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Talk. Ich habe aber manchmal, beschleicht mich auch so ein bisschen das Gefühl, es ist gerade ein Revival von der Zeit, als die digitalen Medien überhaupt erst mal aufkamen. Und die Leute auch gesagt haben, ach du Kacke, so ein Film oder so ein Spiel ist ja viel krasser als ein Buch. Und dann wurden plötzlich Titel auf den Index gestellt, wo man sich heute fragt, Himmel der Gott noch mal, warum konnte das denn jetzt, wie konnte man das denn jetzt auf den Index stellen? Weil man der Meinung war, das führt zu Psychosen, wie du es gerade gesagt hast. Und ein paar Jahre später stellt man fest, nö, mit einer sattelfesten Medienkompetenz, das Wort hat sich jetzt auch totgeritten in der heutigen Stunde, aber kriegt das auch, kriegt das ein Großteil der Menschen auch verarbeitet, was sie da sehen. Und ich finde auch, dass das noch ganz, ganz viel, wir merken es einfach, wir sind weit über unsere geplanten Podcastzeit hinaus mit dieser Folge jetzt. Das ist einfach so ein krasser Gesprächsstoff, der sich da auftut, dass da gar nicht genug Leute drüber nachdenken und sprechen können. Thomas, also vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, du hast auf jeden Fall das letzte Wort. Was nimmst du mit aus diesen anderthalb Stunden? Und wie führst du jetzt deine Casts demnächst anders? Ich glaube, meine Casts werde ich nicht groß anders führen, aber ich fand das Gespräch hervorragend, obwohl drei Männer, drei Väter da am Start waren und noch nicht mal eine weibliche Perspektive da war. Aber ich habe auch immer das Problem, Tech-Frauen zu finden. Demnächst vermutlich mal mit wieder mit einer Frau, wenn es zum Beispiel um psychologische Effekte geht, habe ich tatsächlich auch schon ein Interview geführt. Ich fand das Gespräch super. Ich habe gemerkt, ich bin doch relativ rigide und ich fordere Regulierung krasser, als ich gedacht hätte. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und deine Parallele, die du gezogen hast zu den Anfängen des Fernsehens, des Internets und so, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, ob der Vergleich tatsächlich gilt oder nicht. Aber ich nehme Sachen mit und ich kann nur sagen, das war ein sehr geiles Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Super. Großartig. Dann bedanke ich mich auch bei allen Zuhörenden. Wenn ihr es noch nicht wisst, ihr könnt uns abonnieren, liked uns auf Spotify und Co. Thomas, du als Podcast-Experte, was ist für dich so die relevanteste Plattform, um an Hörerschaft dazuzugewinnen? Bei uns ist es immer noch Apple. Wir weisen immer darauf hin, bitte fünf Sterne bei Apple, weil alles andere ist irgendwie unwichtig. Also ich habe schon längst fünf Sterne auf Apple euch gegeben. Ich habe den Daumen hoch und das Herzchen bei Spotify bei euch gegeben, weil ihr immer fantastische Inhalte macht. Und? Grundvoraussetzung, um als Gast eingeladen zu werden. Absolut. Aber bei mir ist tatsächlich Spotify größer als Apple mittlerweile. Gut. Dann gebt uns bitte so viele Sterne, Daumen, wie es geht bei Spotify und schließt ein Steady-Abo ab. Ihr sichert damit weiterhin unabhängigen Journalismus, der auch ohne Steady stattfinden würde, aber bezahlt es einfach schöner. Oder, Ben? Definitiv. Oh, definitiv. In dem Sinne, ich danke euch. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Bye, bye. Tschö. Tschö.